Ich bin's. Ich suche einen Samurai, einen Schützen. Der Sensei war Richtung Küste unterwegs. Er meinte, ihr solltet zu ihm stoßen und mit ihm jagen. Ihr wüsstet, was gemeint ist. Ihr seid verwundet. Das überlebe ich. Ihr hättet beim Lager auf mich warten sollen. Ich hatte eine Spur zu Tomoe. Ich durfte sie nicht verlieren. Waren das Ihre Schützen? Einer von ihnen rief meinen Namen. Es kommen noch mehr. Versorgt eure Wunder. Ich erledige das. Sie hatten euch umzingelt. Tomoe hat sie gut trainiert. Nicht deshalb konnten sie euch flankieren. Wenn ihr was zu sagen habt, dann sagt es. Ihr habt sie nicht bemerkt, weil ihr zu sehr auf Tomoe fokussiert wart. Selbst ich mache Fehler, Sakai. Nein, ihr nicht. Außer bei ihr. Wir sollten weiterziehen. Was wisst ihr über das Lager? Größtenteils Bogenschützen. Sie begleiten Tomoe auf Raubzügen in ganz Akashima. Sie hat ihr Vertrauen gewonnen. Sie ist ein nützliches Werkzeug zum Erobern. Zumindest vorerst. Tomoe hinterging euch, bevor sie zu den Mongolen stieß. Aber ihr habt mir nie erzählt, was genau passiert ist. Sie nutzte meine Lehren, um Attentätern zu helfen. Sie zahlten gut. Das erklärt nicht, warum sie euch andreffen. Sakai, was macht ein Samurai mit einem Attentäter? Ihr habt euch gerecht. Sie angegriffen. Ich habe Tomoe wie jeden gewöhnlichen Mörder bestraft. Sie war eure Schülerin. Ich mache keine Ausnahmen, Sakai. Zuerst Hirunori Nagao, jetzt Tomoe. Enttäuscht ihr mich nicht als Nächster? Was ist das dort vorne? Sie jagen zum Spaß Menschen. Nicht zum Spaß. Sie üben. Das ist grausam. Sich an Gewalt zu laben, schwächt den Krieger ebenso sehr wie Völle Reiten. Ihr habt gesagt, Tomoe wollte in eurem Dojo lernen. Was hat sie da vorgemacht? Ihre Mutter stande aus einer Händlerfamilie in Imugi. Ihren Vater kannte sie nicht. Warum fragt ihr? Niemand lernt das Töten über Nacht. Auch kein Wunderkind mit dem Bogen. Der Blutdurst wurde ihr in die Wiege gelegt. Wieder einmal Tomoes Werk. Ihre Schützen jagen die Menschen von Akashima wie Hunde. Tomoe und ihre Gefährten gieren zu sehr nach Gewalt. Ein Mörder meistert seine Waffe. Ein Samurai sich selbst. Ihr habt euer Leben dem Bogen gewidmet. Dem Bogen, das stimmt. Doch nicht den Töten. Das ist doch Haarspalterei. Einst band ich einen verletzten Diener mit einer Bogensehne in den Sattel. Als ich kein Messer hatte, schnitt ich mit einem Pfeilkopf Fleisch. Ihr sagt, ein Bogen ist mehr als eine Waffe. Und ein Samurai ist mehr als ein Mörder. Wenn Tomoe nicht mit sich reden lässt, bleibt nur eins. Wir müssen sie töten. Ich war ihr Lehrer. Ich trage Mitschuld an ihren Taten. Ich beende das. Ihr tragt nur die Schuld, wenn ihr ihren Blutdurst geschürt habt. Ich wählte sie aus. Ich hätte die Finsternis in mir sehen sollen. Habt ihr aber nicht. Das macht euch Angst. Es ärgert mich. Wir sind fast da. Wir machen es wie bei vor Nakayama. Das Lager beobachten nach Schwächensucht. Ein Planschmied. Ganz recht, Sakai. Zweimal schauen, einmal schießen. Von hier aus gehen wir zu Fuß. Da drüben gibt es mich zu sehen. Ich höre sie. In diesem Lager werden Schützen ausgebildet. Der Bogenstil der Mongolen. Eine Mischform. Tomoe bildet sie aus. Um gegen Samurai zu kämpfen. Erteilen wir ihnen eine Lektion. Wir nehmen das Lager ein. Dann suchen wir sie. Sobald er angreift, finden meine Pfeile ihr Ziel. Ich habe mich im Ruhr Kaneda nicht getäuscht. Ihr werdet besser. Tomoe ist nicht hier. Ganz sicher. Sehen wir uns um. Eine Warenliste. Japanische Bögen und Ziele. Lieferorte in ganz Toyotana. Sie baut noch mehr Ausbildungslager auf. Eins in Otsuna, eins in Kushi. Und ein weiteres. Eine Nachricht. Auf Japanisch. Was steht darin? Großkan. Eroberer von Tsushima. Vor Jahresende werden eure Bogenschützen wissen, wie man Samurai tötet. Und ich bringe euch die Köpfe von Sensei Ishikawa und Jin Sakai. Tomoe war hier. Ich gab ihr alles. Und sie warf es weg. Sie ist eine Gefahr. Das kann nur auf eine Art enden. Ich weiß, was zu tun ist. Wissen und Ton sind nicht dasselbe. Ihr stellt den Frage, dass ich Samurai bin? Tomoe war mein größter Erfolg. Doch wenn ich muss, werde ich sie töten, um diese Insel zu retten. Das ist meine Pflicht. Diese Liste. Mit ihr können wir die anderen Lager finden. Und wir beenden Tomoe's Verrat. Sakai! Ihr seid ein guter Krieger und könnt ein großer Anführer sein. Doch hinterfragt nie mehr meine Integrität. Der Geist! Tötet mich nicht! Was ist hier los? Nehmt euch, was ihr wollt! Ich bin kein Dieb. Jeder weiß, dass ihr Karawanen angreift. Der Geist und der Dämonen-Sensei. Sensei Ishikawa? Das ist eine Lüge. Ich hab euch selbst gehört! Uns gehört? Wann? Nicht lange her. Ihr seid die Straße hoch wie hungrige Wölfe. Warum wird Sensei Ishikawa und mir ein Überfall vorgeworfen? Ich muss nach Norden, den Verantwortlichen finden. Los jetzt, Kage! Ihr seid der Geist! Was ist hier passiert? Ein Überfall auf seine Karawane. Viele Angriffe derzeit. Die Leute sagen, ihr stehlt Vorräte oder kämpft für die Mongolen. Hut euch aus! Ich bespreche das mit Fürth Sakai. Tumor steckt dahinter. Sie sät Paranoia und Furcht. Greift Karawanen an, beschuldigt uns. Ich erreichte seine Gruppe zu spät, rettete ihn, aber nicht die anderen. Wo war der Überfall? Nicht weit. Wieso? Wir finden die Stelle. und verfolgen die Spuren von Tomois Gruppe. Das ergibt Sinn. Was ist? Nichts. Sie macht mich rastlos. Wir setzen dem ein Ende. Ruht euch aus. Esst, was ich euch gab. Und wartet ein wenig, bevor ihr aufbricht. Danke, Sensei. Zeigt mir den Ort des Überfalls. Wie habt ihr mich gefunden? Jemand hörte, dass ein Konvoi verfolgt wird. Wegen Tomoe werden die Straßen gemieden. Als ich hörte, dass ein Händler eine Lieferung wagt, bin ich ihm gefolgt. Warum greift Tomoe Lieferungen der Präfektur Kushi an? Das hat keinen strategischen Wert. Nein. Der Kushi-derer-Tempel inspiriert die Menschen. Vielleicht wollen die Mongolen die Moral hier brechen. Ihr klingt nicht überzeugt. Es ist einer der Gründe. Nicht alle. Tomoe hat alles verraten, was ich sie lehrte. Anschließend mich. Und danach ihr Land. Ich werde sie bis zum Horizont verfolgen. Da ist der Konvoi. Und noch mehr Opfer Tomoe's. Mal sehen, was wir hier rausfinden. Alle sind tot. Japanische und mongolische Pfeile? Natürlich. Es ist eine Warnung an die Einwohner Kushis. Von Tomoe. Von Fürst Sakai und Sensa Ishikawa. Niemand darf auf diesen Straßen reisen. Sonst droht der Tod. Plumm, aber effektiv. Effektiv. Sie sind die Straße entlang. Und wir finden sie. Tomoe und ihre Männer werden nie wieder jemanden in dieser Präfektur überfallen. Kommt. Schnell! Schnell! Steigt hier ab! Schnell! Keine Zeit zum Auskundschaften. Wer stürmt hier mit halboffenem Hakama los? Sakai! Hier langer! Hm? So. Warum ist sie alleine hier? Ich schneide sie los. Hilf mir! Bald seid ihr frei. Oh nein. Nein, bitte. Nein. Wir wollen helfen. Sie sagte. Sie sagte. Tomoe. Was sagte sie? Ich dürfe leben, bis der Samurai kommt. Nein! Dort oben! Tomoe hat uns eine Falle gestellt und wir sind hineingetappt. Ich sprach mit dir. Vor zwei Tagen. Tomoe? Der Gefangenen. Sie erzählte von einer Japanerin, die bei den Mongolen war. Ich bat sie, ihr Lager ausfindig zu machen und mir zu berichten. Was habt ihr? Es hätte auch anders laufen können. Wir könnten jetzt vor Tomoes Leichnam stehen. Ihr erklärt, was einen Krieger ausmacht. Wie Tomoe das unterläuft. Doch ihr seid genau wie sie. Ihr erwartet, dass wir perfekt sind. Euer Onkel. Ich. Masako Adachi. Doch nur ein Kind erwartet Perfektion von Älteren. Vollendet den Gedanken, Sensei. Wir alle tragen Waffen. Wir alle wählen zwischen Leben und Tod. Und ihr fühlt euch zu wohl mit dieser Macht. Würde ich das nicht, wäre ich tot. Ebenso wie ihr, Geist. Nicht jeder ist ein Samurai. Doch wir sind alle Mörder. Wir müssen uns noch um ein Lager in Otsuna kümmern. Und Ran war es, die ihr Lager gesehen hat? So ist es, Sensei. Sakai. Sensei Ishikawa ist all das Tomoes Werk. Sie und ihre Mongolen waren fleißig. Eine Frau namens Ran weiß, wo wir sie finden. Führt mich hin. Woher weiß sie, wo Tomoes Lager ist? Sie ist beim Sammeln im Wald darauf gestoßen. Sie hat Glück, dass sie noch lebt. Alle ihre Begleiter wurden getötet. Seid ihr Ran? Ja, meine Herren. Die Mongolen, die euch das antaten. Ihre Anführerin war eine von uns. Tomoe, dieses Gesicht werde ich nie vergessen. Sie war früher mit einer Gruppe Diebe unterwegs, die hier lebten. Das ist unmöglich. Tomoe stammt aus der Präfektur Umugi. Sie fand ihren Weg hierher. Ihr Bogen versetzte Otsuna jahrelang in Schrecken. Man sagte, dass sie mit verbundenen Augen einen Falken vom Himmel schießen konnte. Das Lager, das ihr fandet, wo ist es? Im Wald, südwestlich von hier, zwischen dem Fluss und der westlichen Küste. Tomoe hat euch davon nie erzählt. Vor unserem Streit bot ich ihr an, sie als Tochter anzunehmen, Samurai zu werden. Eine große Schicksalswende für jemanden wie sie. Ich nahm es wieder zurück. Weil sie eine Auftragsmörderin ist. Weil ihr Sensei versagt hat. Die verfiel wieder ihrem alten Leben. Solch eine Chance zu vertun ist eine Sache, doch gegen sein eigenes Volk. Das ist mir bewusst, Sakai. Wirklich? Kann ich bei dem, was zu tun ist, auf euch zählen? Wir müssen das Lager finden. Wir müssen Tomoe aufhalten, bevor sie weitermordet. Das Gute ist, dass Tomoe sich an einen bekannten Ort zurückzog. Sie ist verzweifelt. Sie hat das Mongolenreich auf ihrer Seite. Je mehr wir ihre Pläne vereiteln, desto wahrscheinlicher wendet der Kahn sich von ihr ab. Das könnten wir für uns nutzen. Einen Keil zwischen sie treiben. Und wenn Tomoe sich dann von den Mongolen abwenden würde? Nach allem, was sie getan hat, muss sie bestraft werden. Auch wenn sie bereit wäre, für uns zu kämpfen. Würdet ihr ihr trauen? Nein. Die Frau meinte, Tomoe hätte die Leute terrorisiert. Das muss Jahre her sein, als Tomoe sehr jung war. Als Jugendliche und sich unter Banditen behauptet. Was selbst für jemanden viel Älteren schwierig ist. Und ihr habt nie etwas geahnt? Als sie bei mir anfing, versteckte sie eine kleine Klinge im Ärmel und sie hortete heimlich Essen. Aber ihr habt darüber hinweggesehen. Da war noch mehr. Ich wollte sie so sehr zu meiner Erbin machen, dass ich die Augen vor der Wahrheit verschloß. Das Lager kann nicht weit sein. Perfektes Gelände für lauernde Schützen. Haltet die Augen offen. Steigt hier ab. Bleibt unten und findet einen guten Ausblick aufs Lager. Hier oben. Ein bekannter Anblick. Was seht ihr denn? Japanische Pfeile. Natürlich. Leichen als Übungsziele für Schützen. Tomoe ist Markenzeichen. Zerstört dieses Lager. Haltet die Augen nach Tomoe offen. Bereit, wenn ihr es seid, Sensei. Ich bleibe versteckt, bis ihr angreift. Vielleicht Tomoe. Der Sensei und der Geist. Ich bin euch beide langsam leid. Eure Schützen sind tot. Das war's. Hinterhalt! Volk Tomoe! Ich halte diesen Nacken auf! Tomoe, das endet nur auf eine Art! Ha! Hält euch das nur ein? Ihr könnt nirgends hin, Tomoe! Schränkt euch mehr an, Fünftakai! Wo geht sie hin? Tomoe! Ihr seid also Fürst Sakai. Senseis neues Maskottchen. Und ihr seid eine begnadete Schützin, die ihre Chance auf ein besseres Leben wegwarf. Hat er euch das erzählt? Tomoe, wieso reden wir? Damit ich euch warnen kann. Seid auf der Hut. Mein Sensei wollte mich töten. Euch wird es auch so ergehen. Danke für die Warnung. Aber ich will das hier beenden. Es ist schon zu Ende. Ich habe nichts. Niemanden. Weg mit dem Bogen, Tomoe. Ist sie wahnsinnig? Keine Spur von ihr. Ich sag es, Sensei Ishikawa. Was ist passiert? Tomoe hätte mich töten können, aber hat es nicht. Sie ist euch entkommen. Sie sprang von einer Klippe. Ich sah sie. Ihr saht, was ihr sehen solltet. Sie klang verzweifelt. Ist sie. Nur wegen uns. Warum denkt sie, ihr werdet mich verraten? Tut sie nicht. Sie will nur einen Keil zwischen uns treiben. Und es funktioniert. Nein. Tut es nicht. Gut. Nächstes Mal, wenn ihr fragt, ob ich tun kann, was nötig ist. Fragt euch erst selbst. Tomoe ist noch nicht fertig. Sie geht wohl nach Norden, um sich mit den Mongolen gutzustellen. Wir finden sie. Ihr wollt etwas trinken. Mit mir. Nein, nicht wirklich. Ich bin nur höflich. Doch ich möchte eure Hilfe. Mir wurde eine Karte gestohlen. Ich brauche sie zurück. Kenji lobt euer Geschick über alle Maße. Ich begehe keine Untaten vor euch, Fürstin Sanjo. Auch wenn Kenji euer Freund ist. Versteht mich richtig. Die Karte zeigt die Standorte der Lebensmittellager. So versorge ich die Menschen in Toyotama. Ich soll also den Dieb finden. Oh, ich weiß, wo er ist. Er versteckt sich in einer Spelunke am Dreiwegequell. Ihr sollt nur die Karte zurückholen. Ich sehe, was ich tun kann. Doch wenn ihr mich beliebt... Fürst Sakai, ich bin eine überaus ehrliche Haut. Fragt den Letzten, der meine Aufrichtigkeit in Frage stellte. Sein Kopf liegt jetzt draußen bei den Schmeißfliegen. Seid vorsichtig. Viele kennen den Dieb der Karte und wissen, wozu ich bereit bin, um sie zurückzubekommen. Das muss die Spelunke sein. Verlassen. Hallo? Die Karte gehört mir. Geht weg. Ich bin Jin Sakai. Macht auf. Ja, und ich bin Amaterasu, Göttin der Sonne. Nein! Ich muss anders hineinkommen. So. Ihr müsst Amaterasu sein. Wo ist die Karte? Vergebt mir, mein Herr. Ich habe sie nicht. Ronin hat mich hierzu angestiftet. Ich sollte euch hereinlocken. Eine Falle. Sie wissen, dass euch Fürstin Sanjo schickt. Sie wollen die Karte gegen Geld eintauschen. Samurai! Kommt heraus! Ich habe ein Angebot für euch. Bleibt hier. Ja, mein Herr. Ja. Wie ich höre, sucht ihr nach der Karte von Fürstin Sanjo. Ich könnte sie euch verkaufen. Wenn der Preis stimmt. Ich verhandle nicht mit Dieben. Mag sein. Aber ihr erledigt Botengänge für sie. Gebt mir sofort die Karte. Oder ich hole sie mir. Und man sagt, ihr hättet keinen Sinn für Humor. Ihr seid in der Unterzahl. Ihr wollt die Karte? Bezahlt dafür. Ich frage nicht noch mal. Tätet ihn! Tötet den Samurai! Einer der drei muss die Karte haben. Ich habe eure Karte. Ich hoffe, es war nicht zu beschwerlich. Schließlich hungern die Menschen von Toyotama. Und ihr gebt ihnen Nahrung. Nicht wahr, Fürstin Sanjo? Ich sagte doch, dies ist mein Zuhause und mein Volk. Es verhungert. Ich kann und ich werde es ernähren. Dann halte ich mich da raus. Danke, Fürst Sakai. Ich dachte, ihr wärt Fürst Jinroku. Doch ihr seid noch ein Samurai. Willkommen, mein Herr. Noch ein Samurai? Habt ihr nicht von Fürst Jinroku gehört? Er ist ein legendärer Samurai. Ich würde ihn gerne treffen. Wann kommt er zurück? Bald. Esst mit uns zu Abend. Vielleicht erzählt er euch eine seiner Geschichten. Ich bin zurück von meiner gefährlichen Mission. Keine Sorge, mir geht es gut. Oh, ich hatte keinen Besuch erwartet. Aber natürlich freuen wir uns, dass ihr hier seid. Hm. Danke. Mir war nicht klar, dass andere Samurai überlebt haben. Was für eine grausame Schlacht, nicht wahr? Die Strände von Komatsu waren blutrot an jenem schrecklichen Tag. Die Schlacht war bei Komoda. Natürlich, vergebt mir. Ich bin müde vom Reiten. Bitte, Nabi wird euch das Bad zeigen. Wir unterhalten uns beim Essen weiter. Bitte folgt mir, mein Herr. Was wisst ihr über Fürstchen Roku? Er erzählt uns alles. Wäre er nicht gewesen, hätten wir die ganze Insel verloren. War er bewaffnet, als ihr ihn traft? Er hat alles gegeben, um Tsushima zu retten. Außer sein Pferd. Es ist im Stall. Mein Bart kann warten. Ich will mir das Pferd ansehen. Ein Ackergaul. Kein Schlachtross. Normales Werkzeug. Nichts Außergewöhnliches. Ich kenne diesen Sattel. Er gehörte Fürst Higuchi. Jinroku ist kein Samurai. Ich bringe ihn zum Reden. Wo ist Jinroku? Er ist fort, kurz nachdem ihr ins Bad seid. Es war wohl sehr wichtig. Ich finde ihn. Wir müssen reden. Bleib stehen, du Narr. Halt, bevor es zu spät ist. Ich möchte euch nicht töten. Halt! Ich habe niemanden einzugefügt. Ich fordere euch zum Duell heraus. Ihr wollt kämpfen? Ja, es ist der einzige Weg. Wenn ihr das wünscht, nehme ich an. Wartet, ich will nicht sterben. Ich ergebe mich. Es tut mir leid. Sagt mir, wer ihr wirklich seid. Ich bin niemand. Ich versuche nur zu überleben. Ihr gebt euch als Samurai aus und bringt Schande über den Namen. Und ihr nutzt diese Frauen schamlos aus. Ich weiß. Bitte, mein Herr, lasst mich am Leben. Ich werde nie wieder dorthin zurückgehen. Verschwindet. Und wenn ich euch je wieder mit dieser Rüstung sehe, beenden wir unser Duell. Fürst Sakai, willkommen zurück. Jinroku ist nicht der, für den ihr ihn hieltet. Er war gar kein Samurai. Ah, er hat euch die Wahrheit erzählt. Ihr wusstet, dass er lügt? Er schien harmlos und wir genossen seine Gesellschaft. Ich hoffe, ihr habt ihn nicht getötet. Er lebt. Doch er wird nicht zurückkommen. Ich sage den anderen, dass er eine wichtige Mission hat. Wir kamen ohne ihn zurecht. Das werden wir wieder. Mein Herr, seid ihr auch hier, um der Asamoliga zu helfen? Noch nie davon gehört? Bauern und Fischer haben sich gegen die Mongolen zusammengetan. Ich kam aus Ariake, um sie auszubilden. Ich bewundere Ihre Tapferkeit. Wie geht die Ausbildung voran? Sie sollten mich schon vor Stunden hier treffen. Ich wollte sie gerade suchen. Ich reite mit euch. Höhe! Ihre Anführer sind in einem Gehöft in der Nähe. Sie werden wissen, wo der Haupttrupp ihr Lager hat. Als Kind träumte ich davon, ein Samurai zu werden. Jetzt reite ich neben einem echt. Doch ihr wisst, wie man kämpft und es mit Pferden umgeht. Mein Dorf an der Küste wurde ständig von Piraten geplündert. Sie töteten meine Eltern, als ich jung war. Ich lernte mich zu verteidigen. Ich hoffe, mein leidvoll erorbenes Können kann den Leuten hier von Nutzen sein. Kein großer Unterschied zu den... Dort vorne brennt es. Das Bauernhaus. Mäht sie nieder! Nimm die Gemütze! Hilf! Was sind die Männer, die ich trafen sollte? Wenn die Mongolen sie gefunden haben, dann vielleicht auch den Haupttrupp. Ich hätte früher kommen müssen. Wir können die anderen warnen. Hört ihr? Sie können den Haupttrupp entdeckt haben. Wir müssen ihnen helfen. Schnell, mein Herr! Wartet! Wir sind zu spät. Wir können nicht alle retten. Dann werde ich die Toten rächen. Ein Samurai bewahrt Ruhe vor einem Kampf. Wartet! Ihr werdet mir eure verbrechenden Zahlen! Winten! Wir haben es geschafft! Ihr habt Talent. Doch ihr seid bei eurem Ansturm fast gestorben. Machen euch die Mongolen nicht wütend? Die wichtigste Waffe eines Samurai ist er selbst. Ohne Kontrolle riskiert ihr zu verlieren. Verstehe, ich sollte nach Hause zurück und meine Gefühle beherrschen lernen. Kämpft weiter. Wir brauchen Leute wie euch. Doch vergesst die Lektion nicht. Das werde ich, mein Herr. Ich stelle eine Armee zum Kampf gegen die Mongolen auf. Schließt euch uns doch an. Ich hätte es wissen müssen. Ihr seid der Geist! Mein Herr, seid euch meiner Hilfe gewiss. Wo ist sie? Ihr wagt es! Oh, junger Meister. Ich dachte, ihr werdet tot. Ich kam so schnell ich konnte. Schön, dich zu sehen, Yuriko. Ihr seht müde aus. Habt ihr Hunger? Nicht jetzt. Vielen Dank. Die Armee des Khans muss vorbeigekommen sein. Hat es Ärger gegeben? Ein paar Banditen. Mit denen werde ich fertig. Ich komme wegen Vaters... ...meiner Rüstung. Im Komoda wolltet ihr sie nicht tragen. Vieles ist seitdem anders. Sie ist sicher versteckt. Hier entlang. Diese alten Knochen. Taichi kann mir helfen, sie zu holen. Er ist auf dem Friedhof. Was macht er dort? Alles in Ordnung halten. Pflanzen für meine Gifte sammeln. Ungeziefe von unseren Vorräten fernhalten. Gut, dass du nicht allein bist. Was ist mit Fürst Shimura? Er lebt. Die Mongolen haben ihn in Komoda gefangen. Doch wir befreiten ihn. Oh, es haben mehr überlebt. Und sie helfen euch? Ein paar. Fürstin Masako. Gut. Sie kämpft an der Seite der Jungs, seit sie einbrei Käse hoch war. Davon musst du mir eines Tages mehr erzählen. Aber es seid nur ihr beide? Noch ein paar. Sensei Ishikawa. Ich habe ihn ewig nicht gesehen. Tut er noch immer so, als wüsste nur er, wie man alles richtig macht? Er hat nicht immer recht. Aber er schießt wie kein Zweiter. Da wird er euch zustimmen. Fürst Sakai, ihr seid zurück. Ich würde gern bleiben. Aber ich höre, ihr sorgt gut für Yuriko. Das habt ihr falsch verstanden, mein Herr. Taichi, helft mir mit der Sakai-Rüstung. Geht. Ich habe hier noch zu tun. Das Ungrau ist nicht zu jedem. Tut mir leid. Ich bin eingelie. Ja, ich bin aus. Ich bin aus. Ich bin aus. Ich bin aus. Das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. Ich bin aus. Schüsse, schaue, oh, 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 oh. Trauer für Vater Wir haben hier meditiert. Jetzt bin ich allein. Ich bin allein. Dinn! Dinn! Hervor! Junge Meister? Geht es dir gut? Ja, nur etwas schwindelig. Ihr seht geradeaus wie... Zeigt euch, Feigling! Geh ins Haus. Hey! Ja! 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 Ja Ja, ja! Ja! Fürst Sakai! Geht es dir gut? Ihr habt sie abgeschlachtet! Macht Yarikawa uns wieder Ärger? Die Yarikawa-Rebellion ist 20 Jahre her. Diese Männer gehörten zu den Mongolen. Natürlich. Euch so zu sehen. Ich bin noch erschüttert. Ich muss mich ausruhen. Am See? Bei deinem Lieblingsbaum? Ja. Kommt! Du sagtest vorhin, du hättest Gifte gebraut. Das schützt den Reis gegen Ungeziefer. Kannst du stärkere machen? Etwas, das Menschen tötet? So etwas verdient niemand. Kannst du es? Bei höherer Dosis ist die Wirkung scheußlich. Gut. Oh, mein Herr. Setzt euch kurz zu mir. Aber Gift war niemals der Weg der Sakai. Kein Sakai kämpfte gegen das Mongolenreich. Ich brauche jede Waffe, die wir haben. Tsushima kann sich Zweifel nicht leisten. Die Mongolen haben euch verändert. Die Welt hat sich verändert. Meine Mutter lehrte mich die Pflanzen, die heilen. Jene, die schaden, sogar töten. Aber man muss sie verzehren. Wie wollte die Mongolen vergiften? Mit Blasrohr und Pfeilen. So machte es einer der Genji-Krieger. Er lernte bei Mönchen aus dem Westen. Wirst du mir helfen? Versprecht mir immer ein guter Mann zu bleiben. Versprochen. Ich sorge nun schon für euch, seit eure Mutter euch im Leib trug. Das tue ich weiterhin. Dann brauche ich noch etwas für ein Blasrohr. Früher gab es viel Schilf unten am Fluss, bei der alten Furt. Wisst ihr noch? Ihr und euer kleiner Freund haben daraus kleine Boote gebastelt. Ryoso und ich haben früher tagelang die Schlacht von Dano Ura nachgespielt. Seid vorsichtig, Jin. Die Eindringlinge haben hier einen Außenposten. Keine Sorge. Ich bin bald mit Schilf zurück. Ich warte hier auf euch. Jin. Allein auf der Welt. Joriko? Oh, entschuldigt, junger Meister. Ich dachte gerade an Fürst Sakai. Das vermeide ich gern. Er liebte euch auf seine Weise. Doch jetzt genug davon. Ich habe ein Blasrohr und Pfeile. Alles, was fehlt, ist das Gift. Aber sicher, junger Meister. Kommt mit mir. Ich habe ein kleines Lager, wo ich Pflanzen und Kräuter für Salben sammle. Und Gift. Es tötet Ungeziefer in Sekunden. Es darf ruhig stark sein für die Invasoren. Es ist schön, wieder mit euch zu reiten. Du und Fürst Chimora lehrtet mich das Reiten. Auf diesen winzigen Pony. Ihr saßt so stolz und aufrecht in eurem kleinen Sattel. Als wäret ihr der Shogun persönlich. Oh nein, kleiner Jim. Was ist so lustig? Mir ist eingefallen, wie ihr hier draußen fast euren Onkel getötet hättet. Was? Ihr wart drei oder vier. Der arme Mann versuchte euch beizubringen, euer Holz Kodachi zu halten. Ihr wolltet Schmetterlinge jagen. Ich kenne die Geschichte. Onkel hatte wochenlang ein blaues Auge. Hashimura und euer Vater haben so gelacht. Ich dachte schon, sie würden ersticken. Ich erinnere mich nicht an Vaters Lachen. Er verlor seinen Humor, als eure Mutter krank wurde. Doch ihr habt eures Vaters Lachen. Da sind wir. Eine Gosamatte und ein Lagerfeuer. Du schläfst hier draußen? Nur wenn ich den ganzen Tag nach Pflanzen gesucht habe. Ich suche die Blumen, die wir brauchen. Ruh dich aus, Yuriko. Ich hole sie für dich. Esst nicht die Samen. Sie sind giftig. Ich bin kein Kind mehr, Yuriko. Oh, ich weiß. Wisst ihr noch, wie wir für eure Mutter Blumen sahen? Sie stellte sie immer in den kleinen Alkoven zu Hause. Das sollte reichen. Bringt sie zu mir, junger Meister. Deine Pflanzen. Deine Pflanzen. Gut. Wir holen die Samen heraus. Zerstoßen sie und tauchen die Nadeln in die Paste. Die Dosis muss stark sein. Sie dürfte ausreichend sein. Alles fertig. Sicher, dass er hier vorbei kam? Die alte Frau hat hier irgendwo einen Lager. Hört mal. Da kommt jemand. Bleib hier, Yuriko. Mal sehen, ob dieses Gift wirkt. Er wird wissen, was er Sadamone und den anderen angetan hat. Ich will nur seinen Kopf. Die zugehörige Bezahlung. Wie weit noch? Es ist hier irgendwo. Gnade, bitte! Seid ihr verletzt, junger Meister? Keine Sorge. Sie sind erledigt. Ich vergesse oft, dass ihr jetzt ein Mann seid. Das passiert mir manchmal auch. Gehen wir zum Anwesen zurück. Ich bleibe. Ich muss hier noch aufräumen. Note dir nicht zu viel zu. Ach, ihr seid kein Kind. Und ich bin alt genug, um zurechtzukommen. Was für Gifte kannst du brauen? Immer so ungeduldig. Es gibt noch eins. Es bewirkt Verwirrung und Wut. Doch die Zutaten... Welche waren das? Bitte, denk nach. Es klingt sehr nützlich. Welche Farbe war's? Rot? Blätter? Nein, Blütenblätter. Ah, eine Blume. Nein, die nicht. Junger Meister, möchtet ihr etwas essen? Nein, danke, Joriko. Ich brauche nur das Gift. Du wolltest dich an die Zutaten erinnern. Es waren Blumen. Ihr erinnert euch noch, oder? Ich habe sie auf eurem Familienfriedhof gepflanzt. Ich musste die Gräber abwaschen. Fjord hat mich Eimer voll Wasser vom See anschleppen lassen. Er wusste, es würde euch stark machen und euch Respekt vor euren Vorfahren lehren. Erinnert ihr euch nicht an die Blumen, Jin? Spinnlilien. So ist es. Hierher! Aus genug Stingenlilien lässt sich ein Giftbrauen von dem Ratten durchdrehen und einander zerfleischen. Ganz furchtbar. Der Zweck heiligt die Mittel. Mach es stark genug für die Menschen. Ach, wenn ihr es für nötig haltet. Ich weiß genau, wo wir alles Nötige finden. Hier lang. Dieser Teil des Waldes. Hier bin ich als Kind gewesen. Nach dem Tod eurer Mutter. Ich wollte ihren Tod nicht wahrhaben. Also rannte ich weg und kam hierher. Eure Mutter ging hier gern lange spazieren. Ich suchte bis zum Abend. Ich rief immer wieder nach ihr. Doch sie war fort. Ich verirrte mich. Ihr wart drei Tage lang verschwunden, dem Tode nah, als euch euer Vater endlich fangt. Ich hatte ihn noch nie so wütend gesehen. Wütend auf sich selbst, da er euch nicht beschützt hatte. Ich habe euren Vater vor zahllosen Schlachten gesehen. Doch nie war er besorgter als in den schlaflosen Nächten, in denen er nach seinem einzigen Sohn suchte. Nicht mehr weit bis zum Friedhof. Was euer Vater wohl von dem Geist halten würde? Er wäre enttäuscht. Wie mein Onkel. Seid nicht so sicher. Sie stritten oft. Kasumasa fand euren Onkel zu unflexibel. Er verschloss sich vor Alternativen. Kasumasa hatte Fantasie. Fantasie? Mein Vater? Ihr ähnelt ihm mehr, als euch bewusst ist. Stellt euch! Habt ihr sie vertrieben? Ja, wir können ungestört Spinnlilien suchen. Warum sollten wir hier suchen? Hast du sie hier nicht einst gepflanzt? Oh, nein, nicht hier. Es ist schon lange her. Sie sind auf einem anderen Friedhof, beim Familienzweig eurer Großtante. Es ist nicht weit. Juriko, weißt du noch? Ich war fünf oder sechs. Ich hatte einen Albtraum von diesem Wald. Ein Kampf. Das war kein Albtraum. Das habe ich nur gesagt, um euch zu beruhigen. Das war real. Da haben Männer geschrien. Unser Gefolge kehrte spät abends nach Hause zurück. Wir wurden von Ronin überfallen. Die Ronin waren wohl gefährlich. Die Samurai meines Vaters hatten Angst. Nicht vor den Ronin. Vor Kasumasa. Vor meinem Vater? Warum? Er und seine Samurai vertrieben die Ronin. Aber Kasumasa verfolgte sie zu Fuß. Man hörte ihre Schreie. Kurz vor Sonnenaufgang kehrte er zu uns zurück. Von oben bis unten voller Blut. Einige seiner Männer gelten ihr für einen Dämonen des Waldes. Erinnert ihr euch an diesen See? Wir haben hier oft meditiert. Wie ihr gezappelt habt. Ich sollte so tun, als wäre ich ein Stein. Dabei wollte ich nur schwimmen. Vom Ufer aus ist die Aussicht viel schöner. Kommt her, junger Meister. Meine Knochen brauchen eine Pause. Dieses Mal müsst ihr mich vom Zappeln abhalten. Einige meiner schönsten Erinnerungen haben ihren Ursprung an diesem See. An ein herumzappelndes Kind? Eure Mutter und ich kamen hierher, als sie mit euch schwanger war. Wir sollten wieder weiter. Auch als erwachsener Mann schafft ihr es kaum still zu sitzen. Wir können bald meditieren. Nach dem Krieg. Ja, junger Meister. Der Friedhof ist nicht weit. Ohne volle Wassereimer erscheint er viel näher. Wie kommt es? Sie mögen Stein zerstören, doch das Andenken an diese Krieger löschen Sie nicht aus. Bitte sammelt die Spinnenlilien. Ich kann nicht hinsehen. Das sind alle, die ich finden konnte. Sie reichen aus für das Gift. Doch unser Ausflug soll noch nicht enden. Der Shimura-Friedhof ist nicht weit. Mit Aussicht auf den Wasserfall reiten wir, mein Herr. Hier! Ach, Kasumasa. Ich genieße unsere gemeinsamen Ausrichtung. Sagtest du Kasumasa? Wirklich? Ihr reitet mit der Anmut eures Vaters. Bist du oft mit meinem Vater ausgeritten? Fürst Sakai hat mich das Reiten gelehrt. Vorsicht! Mongolen voraus! Wartet! Ich mische euch das neue Gift. Wie wirkt das Gift? Es ist schrecklich. Ruft Wahnsinn hervor! Sie werden wie Bestien aufeinander losgehen. Gut. Dann los. Schnell. Das Gift ist fertig. Nimmt es. Ich bleibe hier. Ich bleibe hier. Ich dachte, wir wären diese Banditen losgeworden. Keine Banditen. Mongolen. Oh, von hier aus konnte ich sie nicht sehen. Nach all dem sorge ich mich um den Shimura-Friedhof, mein Herr. Kommt ihr mit mir nachsehen? Natürlich, Yuriko. Sehen wir nach. Bist du müde, Yuriko? Nein, Fürst Sakai. Das ist der beste Tag seit unserem Nachmittag am Omi-See. Daran erinnere ich mich nicht. War ich mit dir dort? Es ist so lange her. Ihr habt es sicher vergessen. Der Krieg hat diesen Ort verschwunden. Wisst ihr noch, junger Meister? Wir haben den Shimura-Kriegern hier unseren Respekt erwiesen und an den ganzen Nachmittag Gedichte geschrieben. Ich erinnere mich, Yuriko. Schreiben wir jetzt ein. Ich erinnere mich. Turm hoher Ehrgeiz. Der Stein folgt dem Wasserlauf. Leben fließt zum Tod. Weise Worte, mein Herr. Die Stolzen sind nicht von Dauer. Die Größten von uns werden am Ende fallen. Wir sollten zurück nach Omi. Ich bleibe noch etwas. Ich werde nicht widersprechen. Gut. Ihr habt heute etwas gelernt. Kasumasa meinte immer, fürst Shimura wäre zu sehr um diese Burg besorgt. Die stärkste Position auf der Insel. Für ihn bedeutete Stärke immer das Große, das Unumstößliche, wie ein Berg. Das war nicht dumm. Zweifel und Unentschlossenheit haben ganze Armeen zerstört. Inmitten der Schlacht bleiben gute Anführer stets geerdet und standhaft. Betrachtet diesen Wasserfall. All diese massiven Felsen beugen sich dem Wasser. Die Stärke, die nötig ist, ist überall um uns. Ich möchte noch einen weiteren Ort besuchen, mein Herr. Wenn ihr bereit seid... Verzeiht mir. Der kalte Wind setzt mir sehr zu. Yuriko, du wirst krank. Oh, Unsinn. Ich bringe dich nach Akashima. Dort sind Heiler. Wir müssen einen besonderen Ort besuchen. Welchen? Es ist nicht weit. Danach, verspreche ich, komme ich mit zu euren Heilern. Gut. Aber wenn es dir schlechter geht, gehen wir direkt nach Akashima. Natürlich, mein Herr. Immer so streng. Wo ist nun dieser besondere Ort? Habt Geduld. Du verrätst es nicht? Das ist nicht nötig. Reite voran. Vorsichtig, Yuriko. Auf Wiedersehen! Gehen Sie! Was ist das? Musik Wisst ihr, wo wir sind? Es gibt hier einen Onsen in der Nähe, oder? Da ist es. Sollen wir es uns näher ansehen? Ist es nicht wunderschön? Sehr schön. Warum sind wir hier? Seid ihr verärgert? Ich hoffe, es war nicht falsch, hierher zu kommen. Ich verstehe nicht. Es schmerzt mich, euch so voller Trauer zu sehen, wegen Fürstin Sakai und dem Kleinen. Und weil er mich so lieb bittet. Ich bin bald zurück. Vielleicht ist Wild in der Nähe. Yuriko! Yuriko! Ihr Pferd ist nicht hier! Sie ist weggeritten. Höhe! Yuriko! Yuriko! Mein Herr! Yuriko, bist du verletzt? Nein. Ich habe mich... ...verirrt. Wo wolltest du hin? Ich sah meine Mutter. Sie winkte, aber sie ging weiter. Ich musste sie einholen. Ich bringe dich heim. Nein. Meine Mutter. Ich muss ein Opfer darbringen. Musst du nicht. Bitte. Für all die Male, die ich eure Wünsche befolgt habe. Kommt mit mir. Ich muss meiner Mutter Respekt erweisen. Na gut. Überanstreng dich nicht. Hab Dank. Meine Mutter ging oft mit mir in diesen Hügeln spazieren und lehrte mich über die Pflanzen. Vielleicht sahst du sie deshalb. Wir sind fast da. Der Friedhof. Meine Familie ist hier. Ich bin fast da. Die Nacht, als er mir den kleinen Djinn brachtet. Als er so krank war, nach all der Zeit allein im Wald. Und wir hatten schon Fürstin Sakai verloren. Kasumasa, hört ihr mir zu? Ich höre zu. Ich gab ihm das Heilmittel, meiner Mutter zu trinken. Wir saßen an seiner Seite die ganze Nacht. Ihr hieltet meine Hand. Könnt ihr euch erinnern? Ja, ich erinnere mich. Jene Nacht hatte ich solche Angst. Ich war so traurig wegen Schämen. Aber ich war so glücklich. Bin ich deshalb ein schlechter Mensch? Nein. Als es ihm besser ging, als er mich lehrte zu reiten. An dem Tag ritten wir zum Onsen. Dieser Sonnenuntergang. Rot und voll. Das war... Das war... Das war was? Der beste Tag meines Lebens. Es ist dunkel, Kasumasa. Sagt mir, was ihr seht. Ich kann bis nach Yarikawa sehen. Ich erinnere mich an den Krieg. Eine Tragödie für alle Klaans. Dort sind noch gute Leute. Das ist der Tempel von Kushi. Man kann die Pagode sehen. Ich bete dort jedes Neujahr für euch. Und für den kleinen Jin. Und für meine Familie. Jin hat Glück, dass du so gut für ihn sorgst. Burg Kaneda. Ich wünschte, ihr werdet nicht so oft dort. Warum sagst du das? Ihr habt so viele Pflichten zu erfüllen. Ich bin dankbar für unsere gemeinsame Zeit. Doch sie ist nie genug. Nun sag mir, was du siehst. Yuriko. Ruhe jetzt, Yuriko. Die Stärke, die nötig ist, ist überall um uns. Die Mächtigen fallen letztendlich und sind nicht mehr als Staub im Wind. Behandelt eure Waffe, Fürst Sakai! Gute Arbeit! Gute Arbeit! Dank euch haben wir eine Armee, um meine Burg zurück zu erobern. Ich sagte doch, Yuna schafft das. Ich veranlasse bereits ihre Belohnung. Die Verstärkung des Shoguns wird bald hier sein. Doch vorher müssen wir ein neues Problem lösen. Meine Späher haben ein Befehl des Khans abgefangen. Er war adressiert an Ryuzo. Seine Söldner sind bereit, uns anzugreifen. Wisst ihr, wo Ryuzo ist? Nicht weit. Vor Koyazan. Ihr müsst ihm nicht selbst entgegentreten. Er war mein Freund. Ich kümmere mich um ihn. Tut, was ihr müsst. Unsere Truppen sind kampfbereit, wenn ihr zurückkehrt. Juna möchte vielleicht mitkommen. Wir können nicht alles mitnehmen. Was lässt du zurück? Mehr als du auch nur arzt. Du verlässt uns? Dein Onkel hält sein Wort. Unser Boot liegt bei Sonnenaufgang ab. Ich brauche noch einmal deine Hilfe. Ryuzo versteckt sich in Vor-Koyazan. Ich kann nicht. Bitte verstehe. Ich habe mich mein Leben lang dafür geplagt. Ging hungrig zu Bett. Riskierte Kopf und Kragen, um Geld zu haben für ein neues Leben auf dem Festland. Ich kann nicht aufgeben. Ich weiß das doch auch. Hilf mir gegen Ryuzo und ich bringe dich zum Chef. Das ist dein Kampf, Chen. Nicht meiner. Ich will nur... Wir brauchen nur ein neues Leben. Ich halte dich nicht auf. Danke, Juna. Für alles. Ich hoffe, du findest Frieden. Du auch. Mein Herr. Hört auf eure Schwester, Thaka. Sie kümmert sich um euch. Lebt wohl, Fürst Sakai. Ich kann das allein. Wir haben Schatten der Nacht. Ich kann das allein. Mongolen. Als wären Strohhüte nicht schlimm genug. Fürst Sakai. Wartet. Ihr verratet uns noch. Ich lasse euch nicht allein gehen. Wenn Juna nicht mit euch geht, dann muss ich es. Darauf seid ihr nicht vorbereitet. In Yarikawa sagtet ihr, wenn wir zusammenstehen, können wir unsere Heimat retten. Ich stehe hinter dem Geist. Ihr kämpft nicht gegen Mongolen. Wenn euch was passiert, lasst mich sie wenigstens ablenken. Und einige fortlocken. Das erhöht eure Chancen. Na gut. Wenn sie euch folgen, reitet so schnell ihr könnt ins Lager zurück. Ich enttäusche euch nicht. Los, ich werde jetzt zuschlagen. Hunde. Mongolen sind alle hässliche Hunde. Ich sage Fürst Shimura, dass ihr hier seid. Die Saborei werden euch holen. Die schneiden euch die Köpfe ab, ihr Feiglinge. Joso. Schön, dich zu sehen. Du weißt, wieso ich hier bin. Ja. Ich habe dafür gesorgt, dass du mich findest. Der Kahn will dich treffen. Ich bin nicht zum Reden hier. Du hast uns alle verraten. Retten wir unsere Heimat gemeinsam. Es muss nicht so enden. Doch, Ryoso. Muss es. Fürst Sakai. Fürst Sakai. Bitte wacht auf. Taka. Wie? Ihr wart so lange weg. Ich wusste, ihr habt Schwierigkeiten. Ich kam um zu helfen, aber die Mongolen haben mich... Verdammt. Wir müssen uns befreien. Die werden uns umbringen. Nur wenn wir sie lassen. Versucht loszukommen. Ich muss das nur lockern. Ich muss das nur lockern. Taka. Sei tapfer. wir müssen Durst haben. Wir müssen Durst haben. Halak. Milch von meiner Lieblingsstute. Ihr letztes Geschenk an mich. Sie brach sich gestern ein Bein. Und ich verfütterte sie. Wir tun, was wir müssen, Fürst Sakai. Und deshalb können ihr und ich überleben. Ich bin Samurai. Ihr seid viel mehr als das. Ihr seid der Geist. Zieht euer Volk auf meine Seite und sie bekommen Frieden. Niemals dienen wir euch. Euer Onkel! Sag dir das selbst, als ich ihn bat, den Krieg zu beenden. Er wollte nicht euer Sklave sein. Auch ich schätze Familie und weiß, wie es ist, in ihrem Schatten zu leben. Warum uns in Bescheidenheit üben, wenn wir Legenden sein sollten? Er ist eine Legende. Seht! Euer Volk wird euch folgen. Kommt zu mir und rettet sie. Ihr wollt teilen und beherrschen. So wie bei Ryoso. Nicht uns. Eure Legende. Schert sich nicht einmal um euch. Tötet ihn. Und ihr seid frei. Läuft. Läuft. Zack Yuna. Läuft. Der ist ein Schaden. Ich frage jemanden. Ich frage jemanden. Und ich frage jemanden. Ich frage jemanden. Und ich frage jemanden. Jetzt brauche ich einen neuen und ihr müsst erneut werden. Ich koche mein Schwert. Ich töte alle. Alleine. Nie vergessen. Der Kahn ist frei! Der Kahn ist frei. Warum hat er nicht gehört? Der Kahn ist frei. 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 Wir sollten gehen. Der Kahn ist frei. Aber nicht ohne ihn! Der Kahn ist frei. Der Kahn ist frei. Der Kahn ist frei. Ich liebe ihn. Der Kahn ist frei. Der Kahn ist frei. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Das war der Khan, Ryoso, jeder Mongole auf dieser Insel. Hilf mir, sie alle zu töten. Hilf mir, Taka zu rächen. Sollte ich jetzt noch fortgehen? Wozu? Wo sollte ich hin? Und was tun? Ich bleibe hier. Und kämpfe. Geh ins Lager meines Onkels und ruh dich aus. Ich komme hin. War Taka tapfer? Am Ende? Er war stets tapfer. War Taka tapfer. Ja. Sollte! Woher? Ich bin ein tief. Wann? Woher? Wann? Oh, ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Oh, ich bin ein. Das war's. Vielleicht enthaupte ich diesen mongolen Bastard. Oder er säufe ihn. Nein, ich zünde ihn an. Wie er ist Fürst Adachi am Tat. Fürst Sakai. Ich sorge mich um sie. Junshin. Um was ging es denn? Fürstin Masako sucht jemanden. Sie ist erbost, weil ich nichts wusste. Ihr habt nichts zu befürchten. Ich rede mit ihr. Danke, Fürst Sakai. Auch, dass ihr die Mongolen vom Hof verjagt habt. Jetzt können wir neu aufbauen. Gut, dass diese Leute euch haben. Viel Glück. Links in Richtung Brücke. Begleitet von Bewachteten. Danke. Das war's schon. Wussten die Bauern, nach wem ihr sucht? Nach jemandem auf der Liste. Eine Diebin. Ich helfe euch suchen. Das muss ich selbst erledigen. Die Bauern erwähnten bewaffnete Männer, die mitgingen. Söldner etwa? Professioneller Mörder. Das könnte es möglicherweise erschweren. Ich kann eure Hilfe gebrauchen. Aber mehr noch euer Schweigen. Verlasst euch drauf. Laut den Bauern sind sie in Richtung Brücke außerhalb des Hofs gezogen. Hier entlang. Schwellkacke! Wer ist diese Diebin? Sie hat das Adachi-Anwesen nach dem Angriff geplündert. Wertvolle Erbstücke gestohlt. Persönliche Dinge. Das Schlimme ist, dass Mai einst unsere Dienerin war. Vor drei Jahren ertappte mein Ehemann sie beim Stählen. Er wollte sie auspeitschen. Ich setzte mich für sie ein. Aber sie musste gehen. Klingt, als würdet ihr sie vermissen. Sie war eine gute Freundin. Ihr Verrat schmerzt mehr als die anderen. Da ist sie ja. Bei den Söldnern. Nähern wir uns. Leise. Leise. Ich werde alles verkaufen. Ich warte nur auf den richtigen Moment. Zu spät. Er wird diese Erbstücke selbst verkaufen. Bringt uns jetzt zu ihnen. Ich bezahle euch und behalte sie. Ihr habt kein Geld. Ich habe diesen Kamm. Aus Gold. Mit Perlen. Das war ein Geschenk. Der könnte etwas wert sein. Nein. Er würde uns töten. Genug jetzt. Bringt uns zu den Erbstücken. Wir brauchen die Söldner nicht unbedingt lebendig. Nur sie. Je mehr wir von ihnen ausschalten, desto einfacher erreichen wir unser Ziel. Lasst euch nur nicht sehen. Sonst tun sie ihr etwas. Vorsicht. Ihr seid ungeschützt. Geht in Deckung. Jinn, ich muss mit Mai sprechen. Sagt, wenn ihr mich braucht. Ihr stahlt die Erbstücke meiner Familie für diese Mörder. Wie konntet ihr mich verraten? Hab ich nicht. Ihr habt mich... verstoßen. Ich habe euch gerettet. Mein Mann wollte euch auspeitschen. Er wusste es. Ihr hättet mit mir kommen sollen. Ich war die Fürstin des Adachi-Clans. Und ihr eine Diebin. Doch, ich liebe euch. Dann sagt mir, wem ihr dient. Er tötete meine Familie. Ich bin die Nächste. Das lasse ich nicht zu. Ich bringe euch zu euren Erbstücken. Wir wissen, dass ihr für einen Samurai arbeitet. Ich kenne weder seinen Namen, noch sein Gesicht. Wir tauschen uns nur über Nachrichten aus. Er wusste von uns, meine Herrin. Wie? Ich weiß es nicht. Er sagte, er wisse, wie es ist, euch zu lieben. Dass er meinen Schmerz verstehen könne. Masako. Mai war meine einzige... Bisher die einzige... Er war besorgt wegen der Erbstücke. Dass sie kaputt gehen könnten. Er will sie verkaufen. Sie haben nur sentimentalen Wert. Er wird kaum Geld dafür bekommen. Dann will er sie vielleicht gar nicht verkaufen. Vielleicht haben sie auch für ihn Bedeutung. Er war besitzergreifend in seinen Briefen. Als wären sie seine. Die Erbstücke gehörten ganz allein meiner Familie. Ich bin als einzige noch übrig. Eure Erbstücke liegen im Gebüsch. Jin, sammelt ihr sie ein? Ich muss mich verabschieden. Ich muss mich verabschieden. Jyn, nur damit ihr es wisst, ich... Ihr schuldet mir keine Erklärung. Ich liebte meinen Mann. Aber Mai liebte ich auch. Was tut ihr noch? Das werde ich immer tun. Der Mann, den wir jagen, hat Gefühle für euch. Außer meinem Mann und Mai hatte ich keine Liebschaften. Keine Verehrer. Vielleicht hat er gelogen, um so neue Rekruten zu bekommen. Ich weiß nicht, wer so etwas tun würde. Wir suchen weiter. Es ist nur eine Frage der Zeit. Vielleicht erfahren wir in Ariake mehr. Sucht mich dort bitte auf. Masako, was ist denn? Ein gewisser Kajiwara hat die Mörder meiner Familie rekrutiert. Sein Name steht auf der Liste. Er wohnt in dieser Präfektur. Dieser Mönch weiß wo, aber er verrät es mir nicht. Jun-Chin meint es gut. Ich rede mit ihm. Jun-Chin, schön euch zu sehen. Ebenso Fürst Sakai. Fürstin Masako und ich suche nach Kajiwara. Ihr wisst, wo er sich aufhält. Sie beschuldigte ihn schrecklicher Dinge. Ich fürchte um sein Leben, wenn sie ihn findet. Masako hat gute Gründe zu glauben, er habe die Mörder ihrer Familie rekrutiert. Das würde er nie tun. Er ist ein bescheidener Fischer, ein liebender Ehemann und Vater. Ich fürchte, sie ist blind vor Zorn. Jun-Chin, ich muss mit ihm reden. Solange ihr es beim Reden belasst. Nehmt die Straße von hier zur Küste. Kajiwaras Hütte liegt am Strand. Wir nehmen die Straße zur Küste. Danke für eure Hilfe, Mönch. Friede sei mit euch, Fürstin Masako. Was habt ihr bitte zu Jun-Chin anderes gesagt als ich? Hört mir nicht mal zu, als würde man mit einem Stein reden. Ich glaube, er hat Angst vor euch. Angst? Warum? Ihr seid mitunter etwas einschüchternd. In unserer Welt ist das nichts Schlechtes. Wie einen grausamen, bösen Mann. Er war ein Mann unseres Clans. Zuverlässig und geschickt, aber aufbrausend. Wir entschuldigten sein Verhalten, bis ich ihn dabei erwischte, wie er Frau und Tochter verprügelte. Feigling schlägt die eigene Familie. Da verbannte ich ihn, auf der Stelle. Ich bot seiner Frau und Tochter Zuflucht in unserem Haus. Am Tag darauf gingen sie wieder zu ihm zurück. Es ist nicht immer einfach. Man möchte glauben, sie ändert sich. Der Weg müsste zum Strand führen. Ohne die Pferde bemerkt man uns nicht so leicht. Wir müssen uns vorsichtig nähern. Ich will Kachivaras Familie nicht gefährden. Das muss Kachivaras Fischehütte sein. Die Mongolen waren da. Vielleicht sind er und seine Familie bereits tot. Sie könnten noch am Leben sein. Gehen wir. Hey! Ich sehe ihn keine Bedeutung. Die Klinge ist blutverschmiert. Sieht nicht nach einer Mongolenwaffe aus. Das ist ein Fischerwerkzeug. Das sind wohl Kachivaras Frau und Tochter. Das hatte ich von Anfang an befürchtet. Haben die Mongolen sie getötet? Aber wo ist dann Kachivaras Leiche? Masako. Fußspuren. Sie führen von der Hütte weg. Was, wenn Kachivara überlebt hat? Einfach weggelaufen. Neues Stoffbein. Kein Stoff. Seide. Das kann sich kein bescheidener Fischer leisten. Folgen wir den Fußburen. Kachivara. Kachivara. Wie ihr Krankes. Jin. Ihr habt die Mörder rekrutiert, die meine Familie töteten. Wer bezahlt euch? Sagt es, dann töte ich euch liebevoll. So wie ihr eure Frau und Tochter. Ich weiß nur, dass er es verstand. Was verstand? Wie es ist, von euch vernichtet zu werden. Wie ich in Armut versank. Was es meiner Familie abforderte. Ich ertrage kein weiteres Wort mehr. Alles, was er sagte, war gelogen. Außer, dass ich ihn ruiniert habe. Die Verschwörer verbindet ihr Hass. Der Clanangriff hatte persönliche Gründe. Angestiftet von einem Samurai mit tiefem Groll. Aber wer könnte das nur sein? Wir finden ihn. Einer der Mörder meiner Familie ist in Ariake noch auf freiem Fuß. Sucht mich bitte beim Goldenen Tempel auf. Danke für eure Hilfe, Jin. Jin, hier rüber. Schnell. Masako. Wie lang seid ihr schon hier? Nicht lang genug. Ihr braucht eine Pause. Was ich brauche, ist Vergeltung für den Mord an meiner Familie. Ich bin einen Schritt näher, wenn ich diese Schlange fange, diesen Omura. Einen der Verschwörer auf der Liste. Er besorgte die Waffen, die meine Familie umbrachten. Dann finden wir ihn. Er wird reden. Wir müssen uns verstecken. Hier lang. Angeblich soll Omura nach Omugi reisen. Ich weiß nur nicht wann. Also verharre ich hier. Wartend. Von hier überblicken wir alles. Wisst ihr, wie Omura aussieht? Ich bin nicht sicher. Es ist schließlich 20 Jahre her. Ihr kanntet ihn. Er belieferte unseren Clan. Aber er hinterging uns. Er behauptete, dass mein Gemahl ihm nicht genug zahlte. War dem so? Natürlich nicht. Behaltet jetzt die Straße im Auge. Und macht es euch bequem. Könnte eine Weile dauern. Masako, da. Männer auf dem Weg. Sie sehen aus wie er. Genauso wie Omura vor 20 Jahren. Sind sicher seine Söhne. Waren sie beide beteiligt? Ich übernehme die Schlucht. Ich muss mit einigen Leuten dort reden. Um wieder mal anzugeben. Wie bitte? Vergiss es. Wir sehen uns in Omugi. Sie teilen sich auf. Folgen wir ihn. Mal sehen, was passiert. Ich gehe nach links. Ihr nach rechts. Die Schlucht ist eng. Haltet euch oben. Sonst werdet ihr gesehen. Ich bekomme noch Schwimmhäuser. Wenn ich erstmal reich bin, baue ich als erstes ordentliche Straßen. Jin, hier drüben. Der, dem ich folgte, war beteiligt. Er sprach von Rache gegen den Adachi-Klan. Worauf warten wir dann noch? Er will zu dem Mann, der ihn beauftragt hat. Zu dem Mann, der meine Familie töten ließ. Gehen wir näher ran. Sonst hören wir nichts. Hier lang. Ich will raus. Du bekommst nur kalte Füße. Es ist unrecht. Was Adachi Vater antat, hat Unrecht. Dass unsere Familie obdachlos wurde, Vater zu trinken anfing. Er hat Adachi bestohlen. Und Vater trank schon immer. Hör zu. Wir drehen das Ding. Und du nutzt das Geld zur Flucht. Nimm deine Familie und kehre den Mongolen den Rücken. Bringen wir es hinter uns. Sie gehen. Ihnen nach. Bleibt unten, sonst sehen sie uns. Sir. Er wird also am Strand sein? Den habe ich ihm als Treffpunkt genannt. Der Alte stimmte gleich zu. Will nicht, dass etwas herauskommt. Wie kannst du nach dieser Sache bloß schlafen? Da waren Kinder. Es war nicht meine, Hannah. Ich lieferte nur die Waffen. Feigling. Das heißt, Fürstin Masako hat überlebt. Die alte Frau? Was kann die denn schon tun? Ich sollte ihn hier und jetzt töten. Noch nicht. Dann sehen sie dich. Du sagtest, er kommt allein. Er will bestimmt bloß Eindruck schenken. Schließlich ist er immerhin ein Fürst. Diese Narren gehen in eine Falle. Warten wir ab und sehen, was passiert. Er ist etwas faul. Überlass mir das reden. Ihr wartet hoffentlich nicht schon lange. Wer von euch ist Omura? Das bin ich. Habt ihr unseren Lohn? Habt ihr. Nein, Omura gehört mir. Noch her. Ein Brief. Diese Nachricht trägt das Clan-Wappen, das auf der Liste des Gasthauses war. Das war eine Falle. Wer immer eure Familie tötete, wollte Omura mundtot machen. Der Feigling verwischt seine Spuren. Dieser Notiz nach zu urteilen, brauchte er dringend Geld. Dann kann sein Clan nicht reich sein. Oder er hat keinen Clan. Ihr glaubt, der Mörder meiner Familie ist kein Samurai? Vielleicht will er einer werden. Einen Clan gründen. Und dazu plündert er die Leichen des Adachi-Clans. Nur wenige besitzen einen so ruchlosen Ehrgeiz. Das nützt mir. Grenzt meine Suche ein. Ruht euch erstmal aus. Diese Jagd zerrt euch auf. Bis ich den Verantwortlichen finde, gibt es keine Ruhe. In Ariake gibt es immer noch Verschwörer. Sucht mich dort bitte auf. Wir müssen los, sonst verlieren wir ihn. Nach dem Vorfall im Gasthaus hatte ich euch nicht mehr im Tempel erwartet. Ich wollte Sadaos Bruder suchen und um die Toten des Adachi-Clans trauern. Habt ihr eure Familie angemessen bestattet? Nicht, solange die Mörder frei sind. Nach dem Tod meines Vaters verabschiedete ich mich in derselben Nacht. Das hat den Schmerz gelindert. Ich habe sie begraben. Das muss ausreichen. Vorerst. Wann habt ihr zuletzt geschlafen oder gegessen? Gestern hatte ich etwas Reis und Fisch. Selbst junge Krieger brauchen volle Mägen und ausgeruhte Schwerdarme. Nennt ihr mich etwa Alt-Fürst Sakai? Das würde ich nicht wagen. Meinem Schwerdarm geht es gut. Wir hätten Hachi längst einholen müssen. Welchen Weg hat er wohl genommen? Beide Straßen wurden benutzt. Sehen wir uns um. Er kann nicht weit sein. Masako, seht. Der Mann mit dem Wagen. Das ist Hachi. Sadaos Bruder. Habe ich alles eingepackt? Wo ist denn Noah? Da. Gut. In Ordnung. Er will fort. Aber wir folgen ihm. Dicht. Aber außer Sicht. Sei brav, Ringo. Sonst gibt's nachher keine Karotte für dich. Was für ein schönes Wetter heute. Wenn uns Mongolen begegnen, dann zähl besser nicht auf mich. Er hat Gesellschaft. Sie dürfen uns nicht sehen. Das ist eine andere Frage. Nahrung? Wasser? Andere Sachen. Zeig dir. Aber natürlich. Uns wurde Sada verstanden. Hast du ihn? Noch nicht. Aber ich hab etwas für euren Gast. Ein Treffen. Wir geben es weiter. Er übergab eine Nachricht. Ich bin dann zur üblichen Zeit wieder hier. Wir warten auf dich. Vergesst den Wagen. Folg diesen Pferden. Der Mann ist ein Idiot. Er ist der Bruder des Oberhaupts. Trotzdem ein Idiot. Aber er hat guten Sake. Nicht heute. Heute hatte er nur eine Nachricht. Diese Nachricht ist wichtiger als dein Leben. Wenn wir sie nicht überbringen, tötet das Oberhaupts. Sadao ist deine Familie. Tö, aus einer schlechten Familie. Seine Vättern sind Banditen. Weißt du noch die Unruhe, die ausmachen lässt, dass ein guter Hof keinen Geist mehr hat? Wer hat wohl die Banditen angehäuert, wie die Protestierenden umleben? Oberhaupt Sadao. Feugling. Ich wusste es. Also, wenn du das nächste Mal ans Oberhaupt denkst, denk ans Kuta-Massaker. Ein Holzfällerhaus. Von Banditen bewacht. Sadao ist Vättern. Er versteckt sich wohl dort. Das wissen wir nicht. Aber wir finden es bald heraus. Das ist ein Holzfällerhaus. Leichen beantworten keine Fragen. Da ist jemand im Haus. Den bringe ich zum Reden. Lasst mich zuerst. Eine Nachricht von Sadao. Hachi gab sie den Wachen. Da steht nichts über sein Versteck. Ich werde euch nichts tun. Mein Name ist Sakai. Wer seid ihr? Hina, Sadaos Weib. Mein Mann ist unschuldig. Die Mongolen töteten eure Familie. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Ihr lügt! Sie hilft uns. Und sie kann nicht hierbleiben. Ich bringe sie zu meinem Anwesen. Sie wird mich umbringen! Es wird euch nichts geschehen. Fürst Sakai. Fürstin Masako. Hat die Frau des Verräters ein Versteck enthüllt? Jedes Mal, wenn ich sie frage, weint sie. Und schaut weg. Wundert euch das? Nein, nicht wirklich. Vielleicht braucht es einen jungen Samurai. Sie ist drin. Wartet hier. Mein Herr. Fürstin Masako hat vor, mich zu töten. Ich sehe es in ihren Augen. Das werde ich nicht zulassen. Doch ich brauche eure Hilfe. Ich habe euch doch schon alles erzählt. Hachi überbringt Nachrichten für euren Gemahl. Also haben die beiden Kontakt. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis Masako sie findet. Nein. Ihr müsst ihn retten. Das kann ich aber nur, wenn ich ihn vor ihr erreiche. Ihr kennt euren Gemahl. Wo kann er sein? Gebt mir Zeit. Das ist wichtig, Hina. Euer Mann tötete Unschuldige. Ich komme wieder. Sie braucht Zeit, zum Überlegen, wo er sein könnte. Was war euer Angebot? Lasst uns spazieren. Ich weiß, wo sie uns nicht hören kann. Ich sagte ihr, dass ich versuchen werde, ihn zu retten. Ihr wisst, dass ich ihn töten werde. Ich musste ihr Vertrauen gewinnen. Also habt ihr gelogen. Ich habe gesagt, ich werde es versuchen. Und das werde ich. Was sagt ihr, Hina, wenn ihr versagt, Jin? Dass ihr ihm nicht vergeben konntet. Und dass ich nicht zwischen euch und der Gerechtigkeit stehe. Wohin ich hier auch sehe. Ich sehe nur, wie meine Familie damals starb. Ihr hattet schon vor, Fürst Adachi, eine Familie. Würde sie euch aufnehmen? Mein älterer Bruder starb vor ein paar Jahren. Und meine Schwester. Die Mörder schlachteten sie ab. Ich erkannte nur ihre Goldscherpe wieder. Ich wollte diesen Tag nicht wieder wachrufen. Er ist mir allgegenwärtig. Hier sollte Musik sein. Was? Ich habe hier mit meinen Enkeln musiziert. Um den Wechsel der Jahreszeiten zu feiern. Ich werde sie nie wieder spielen hören. Danke. Lass mich in Ruhe! Hina! Schnell zum Haus! Nein! Hina! Wir suchen Ihren Mörder. Los! Ich sehe mich mal um. Es muss doch eine Spur geben. Hier lang. Warum sollte jemand Hina töten? Damit wir Sadao nicht finden. Sie wussten, dass wir sie haben. Der Weg vom Holzfäller hierher war lang. Viele haben sie mit mir gesehen. Dafür habt Ihr gesorgt. Ihr habt sie als Köder benutzt. Ich hatte gehofft, Ihr Ehemann weist an. Und jetzt ist eine unschuldige Frau tot. Das waren die Verräter, nicht wir. Aber Ihr habt sie zum Ziel gemacht. Nur diese Spuren hier. Wer auch immer es war, er war allein. Hina ist tot. Wir brauchen den Mörder lebendig. Hilfe! Er darf nicht sterben. Ich blute! Zutiefen, der Schnitt. So will ich nicht sterben. Ich blute! Hachi, Sadaos Bruder. Warum habt ihr Hina getötet? Ich wollte sie befreien. Sie wollte nicht gehen. Wollte Sadao retten. Sie rief nach euch. Ich... ich wollte nicht... Wo ist euer Bruder? Ich habe versagt. Ich werde ihn nicht verraten. Ihr dürft nicht sterben! Sag mir, wo er ist! Er ist tot. Nein. Hina ist umsonst gestorben. Er mordet von Verrätern wie meine Familie. Die Jagd muss weitergehen. Er hat Nachrichten für seinen Bruder überbracht. Vielleicht hat er eine. Was habt ihr gefunden? Eine Karte mit Lieferrouten. Er brachte Überlebenden in Lagern Essen. Vielleicht versteckt sich Sadao in einem davon. Geht zum nächsten Lager und sprecht mit dem leitenden Mönch. Vielleicht weiß er etwas über die Karte. Was ist mit euch? Ich beerdige Hina. Das schulde ich ihr. Wir treffen uns anschließend beim Lager. Was habt ihr erfahren? Das Oberhaupt von Kutta könnte am Leuchtturm sein. Den hat der Adachi-Clan für Ariake gebaut. Der Verräter kennt keine Scham. Sadao hat Leibwachen um sich. Wir kommen nicht unbemerkt an ihn heran. Gut. Der Verräter soll gerade genug Zeit haben, sein Schicksal zu fürchten. Dann los. Warum hat Sadao euch verraten? Ich warf ihm vor, Reis zu stehlen. Aus Profitgier, während unsere Leute hungern. Ihr glaubt, er steckt hinter der Reisknappheit im Kutter. Ich konnte es nie beweisen. Doch es war verheerend. Ich wusste, er verbirgt irgendetwas. Schurken draußen sind Wachen. Der Feigling versteckt sich ganz oben. Sadao! Euer Kopf gehört mir! Da drüben ist irgend... Vater Helle! Ihr habt Sadao getötet. Masako. Er half all meine Liebsten zu töten. Und wofür? Um seinen elenden Hass zu stillen. Als die Mongolen die Samurai besiegten, wollte ich mit ihnen sterben. Ich stürzte mich wissentlich in eine verlorene Schlacht. Es war... ...leichter. Wie lebt ihr weiter? Ich denke an die Leute, die ich schützen. Und die Toten... ...die ich rächen muss. Dass Sadao tot ist, wird der Verantwortliche erfahren, dass ich lebe und ihn jage. Er wird Angst bekommen, einen Fehler machen. Wasako. Seid vorsichtig, Masako. Ihr auch. Ihr seid nun ein Teil davon. Wir haben alle Verräte auf der Liste gefunden. Bis auf den Samurai, der dem Mordbefehl gab. Ich gehe zurück nach Toyotama. Verfolge unsere Schritte. Sucht mich auf, wenn ihr mehr wisst. Was wollt ihr von Junshin? Er ließ meine Familie ermorden. Er rettete Flüchtlinge. Er stand nicht auf der Liste, die wir fanden. Er bekam im Tempel eine Nachricht. Sie war identisch mit der, die die Verschwörer bei sich hatten. Junshin sollte Vorräte für seine Flüchtlingslager erhalten. Im Gegenzug sollte er ihnen meinen Aufenthaltsort preisgeben. Das war nur ein Angebot. Es beweist nichts. Es beweist, dass er mit dem Mörder meiner Familie in Kontakt stand. Wir gehen dem auf den Grund. Wir reden mit Junshin. Ihr habt mein Wort. Man sah ihn am Rotlaub-Tempel. Wann los? Wartet auf mich! Macht's schnell! Los jetzt, Paggin! Wenn wir den Mönch finden, kümmere ich mich um ihn. Vergesst nicht. Wir wollten mit ihm reden. Die Mörder meiner Familie redeten mit ihren Schwertern. Masako, ihr tötet Junshin nicht, bevor feststeht, dass er schuldig ist. Euer Vater wurde ermordet. Habt ihr mit dem Mörder geredet? Nein. Fürst Shimura hat ihn aufgespürt und ihm den Kopf abgeschlagen. Ihr hattet eure Rache, Jin. Steht also meiner nicht im Weg. Genug! Bastarde! Das büßt ihr! So haben sie auf Tempelgelände ermordet. Wir müssen Junshin finden. Hier lang! Der Tempel ist nah. Und der Mönch auch. Runter! Die erledigen wir. Nein, wir schlagen leise zu. Jim! Sie könnten den Mönch töten? Na gut. Ich nehme einen, ihr den anderen. Ich nehme den Mönch. Verholt ihr den Mönch? Bitte! Ich nehme den Mönch. Ratu? Huy! Sakai! Verstärkung! Seid ihr das? Ich muss Yunshin retten. Masako! Zur Seite, Jin. Er verriet meine Familie. Erlaubt! Wenn wir kämpfen, siegen die Mongolen. Sie haben schon gewonnen. Ihr wart eine Freundin. Kate. Wie? Nein. Ihr verteidigt... Wir wollten mit ihm reden. Reden ist lustlos. Ihr gehabt euer Wort. Ich gab mein Wort meiner Familie. Hört ihr sie kommen? Sie sind der Fallste. Oh, 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 oh. Ihr habt mir euer Wort. Beim Anblick von Junshin sah ich nur meine toten Enkel vor mir. Ihre vom Tod entstellten Gesichter. Und ihr habt ihn beschützt, Sakai. Da wolltet ihr mich töten? Habt ihr euren Verstand verloren? Ich habe alles verloren. Nein, ihr habt alles geopfert. Aus Rache. Und was empfindet ihr, wenn ihr an Ryo so denkt? Der Zorn darf uns nicht verzehren. Nicht blind machen für unsere Freunde. Ihr vertraut mir noch. Junshin kommt nicht weit. Wir spüren ihn auf. Masako. Versucht nie wieder, mich zu töten. Werde ich nicht. Versprochen. Sucht seine Spuren. Junshin da. Junshin, hier drüben. Junshin ist hier hinten. Junshin, hier drüben. Junshin ist hier hinten da. Junshin, da hinten. Der ist wohl in den Wald gelaufen. Wenn wir Yunqin finden, sollte ich zuerst mit ihm reden. Ihr vertraut mir also nicht. Wie dem auch sei, Yunqin tut es nicht. Und er muss reden. Ihr habt recht. Doch vergesst nicht, Jin. Zum Reisen braucht er nur seine Zunge. Wer bot euch Vorräte für Informationen über Masako? Sie nannte sich Fürstin Hanna. Lübner! Masako, wartet! Wer ist Fürstin Hanna? Meine Schwester. Sie wurde mit dem Rest meiner Familie massakriert. Sie besuchte mich vor zwei Nächten. Trug einen Purpunen-Kimono mit goldener Scherpe. Ich weiß noch, sie roch nach Chrysanthemen. Nein. Nein. Ich erzähle ihr gar nichts über euch. Ich schwöre es. Verschwindet. Meine Schwester lebt. Sie ermordete die Kinder. Warum sollte sie euren Clan zerstören? Ich weiß es nicht. Aber ich werde sie finden. Ihr müsst das nicht allein tun. Trefft mich in Kamiyagata. Die Samurai sind hier. Wer ist da? Ich bin Fürst Sakai. Ihr müsst unsere Verstärkung sein. Das ist richtig. Ich bin Fürst Sadamune Oga, Bannerträger des Shoguns. Willkommen zu Shima. Danke, Fürst Sakai. Der Shogun entsandte uns sofort, als er eure Nachricht erhielt. Euer Onkel gab gerade den Befehl. Wir ziehen in die Schlacht, besiegen den Kahn und der obern Burg Shimura von den Invasoren zurück. Ausgezeichnet. Sammelt eure Männer. Ich muss noch nach jemandem sehen. Ich werde am Nordtor auf euch warten. Dann reiten wir gemeinsam zu eurem Onkel. Braucht ihr irgendwas, mein Herr? Seine Thron auf dem höchsten Berg am Mittelpunkt der ist. Wieder Enshin gelaufen, was? Das einzige war eine Sektion. Es ist Zeit, Yuna. Die Samurai sind hier. Alle machen sich kampfbereit. Hast du dich ausgeruht? Ich konnte nicht. Tut mir leid. Taka sollte hier sein. Er glaubte an dich. Jetzt tun es die Bürger von Yarikawa. Weil du für sie einstandest. Als niemand sonst es tat. Sie riskieren ihr Leben für den Geist. Ich gebe mein Leben für die Bürger von Tsushima. Und für dich. Hoffentlich kommt es nicht dazu. Sei vorsichtig, Yuna. Ich muss zu Fürst Oka. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Mach die Zapfen fest. Jeden Einzelnen. Fürst Sakai. Fürst Oka. Wo ist mein Onkel? Er wartet auf dem Hügel auf euch. Es wäre dem Oka-Clan eine Ehre, euch dorthin zu eskortieren. Schön, Gesellschaft zu haben. Lassen wir den Kahn lieber nicht warten. Wunderbar. Euch gebührt Respekt, Fürst Sakai. Die Rettung eures Onkels. Die Hilfe der Verstoßenen von Yarikawa. Richtige Krieger sind sie nicht. Doch ich vertraue ihnen mein Leben an. Dann tue ich es euch gleich. Haben die Leute wirklich einen Namen für euch? Geist? Sie mussten an irgendwas glauben können, als die Samurai besiegt waren. Nun sind die Samurai zurück. Die Märchen müssen zur Ruhe gebettet und die Gesetze des Shoguns erneuert werden. Retten wir diese Insel und die Menschen, deren Heimat sie ist. Die Politikern warten, bis der Kahn tot ist. Natürlich, Fürst Sakai. Fürst Shimura, euer Neffe ist gekommen. Jin, hier oben. Gut gemacht, Jin. Wir haben alle, die wir für die Rückeroberung brauchen. Ich besiegte die Strohhüte. Doch ihr so floh mit dem Kahn. Sie wollten, dass ich euch verrate. Ihr sprach mit dem Kahn. Ich war gefangen. Hätte ich das gewusst, hätte ich euch mit meiner ganzen Armee gerettet. Yuna half mir zu entkommen. Doch ihr Bruder... Er starb ehrenvoll. Der Kahn wird für sein Opfer bezahlen und für das, was ihr erlitten habt. Jin, der Shogun unterstützt meine Entscheidung zur Adoption. Wenn unsere Insel sicher ist, seid ihr der Erbe von Clan Shimura. Nicht als Geist, sondern als Samurai. Ich enttäusche euch nicht, Onkel. Heute reiten wir in den Kampf als Sakai und Shimura. Morgen werden wir den Sieg feiern. Als Vater und Sohn. Die Samurai rühmen sich ihres Ehrenkodeks. Aber er macht sie auch starr, durchschaubar, leicht zu brechen. Der Geist kennt keine Grenzen. Das macht ihn gefährlich. Jetzt zählt es, Jin. Diese Schlacht bestimmt das Schicksal der Insel. Holen wir uns den Kopf des Kahns. Gemeinsam. Und überbringen ihn persönlich dem Shogun. Krieger Fatsushima! Heute besiegen wir Koton Ka. Holen wir von Shimura zurück. Und verjagen die Mongolen aus unserer Heimat. Volk fürst Shimura zum Sieg! Ich bin der Schlacht. Ich bin der Schlacht. Ich bin der Schlacht. Ich bin der Schlacht. Das ist schonmal anfangen. Geist du. Das sind wir, mit dem Schlacht? Geist du! Das sind wir. Geist du. Geist du. Allemann zum Tor! Vorstoß! Bringt den Randmacht nach vorne! Vorwärts! Zeug dir von Kuhl, dass wir ihr Herz weinen! Bogenschützen! Auf höhere Position! Auf Sie! Sonst setzen Sie uns fest! Tötet Sie alle! Ua Sakai! Kundschaftet den Weg aus! Wir brauchen keine Überraschungen! So... Fährt heim, Japaner Hunde! Durch dieses Tor kommt ihr nicht! Wasakai! Lauft, Feuglinge! Jin! Was tut ihr da? Den Weg freiräumen. Doch nicht so. So niemals. Kämpft wie ein Krieger. Mit Ehre. Nicht wie ein Monster. Nur so verstehen sie es. Terror ist keine Waffe eines Samurai. Dosho! Satu! Wir können nicht vorstuhren! Das ist eure Chance, Fürst Sakai. Zerstört ihre Waffen ehrenvoll. Ich halte die Stellung und lenke sie auf mich. Ich komme mit dir. Bleibt bei mir! Haltet eure Position! Fürst Sakai! Legt die Watcher! Durchbrechen! Wir müssen zur Brücke! Alle zur Brücke! Hitsushima! Hitsushima! Töte sie alle! Seht! Die Brücke! Sie fallen zurück! Der Khan würde niemals so aufgeben. Etwas stimmt nicht! Schießt! Feuer krank! Sie setzen Sprengstoff ein! Schießt auf die Pferde! Schießt! Die armen Seelen! Er schickte sie in den Tod! Für nichts! Wir müssen ihr Opfer ehren! Sammelt unsere besten Soldaten! Wir reparieren die Brücke und greifen bei Dämmerung an! Nein! Zu viele sind tot! Hättet ihr auf mich gerettet? genug! Es gibt einen anderen Weg! Wir besprechen ihn allein! Wir besprechen ihn allein! Die Mongolen sind in der Defensive. Wir schlagen zu, bevor sie sich formieren und beenden es. Ihr habt unsere Männer geopfert. Sie sind Soldaten. Ihr Blut klebt an unseren Händen. Ich umgehe die Brücke irgendwie. Vergifte den Feind. Ein feiger Anschlag. Ich will nur unser Volk retten. Und es lehren uns zu fürchten? Folgt ihr weiter diesem Pfad? Seid ihr nicht besser als die Mongolen? Ich lehrte euch, mit Ehre zu kämpfen. Die Ehre ist am Strand gestorben. Der Kahn verdient es zu leiden. Eure Gefühle kontrollieren ruhig. Ich opferte alles, was ich war, um unser Volk zu retten. Ich gebe ihnen Hoffnung. Ihr tut nichts! Tschin! Nein. Wir sind fertig. Sie flicken die Brücke auf Befehl deines Onkels. Fürst Shimura will seinen Plan durchsetzen. Egal wie viele Leben es kostet. Diese Menschen kamen zum Kämpfen her. Für dich! Wie viel Wolfswurz findest du in einer Stunde? Ein paar Handvoll. Sprich mit den anderen. Jeder soll sammeln, so viel er kann. Du willst die Mongolen vergiften. Ich schleiche mich in die Burg und gebe es in ihren Druck. Soll der Kahn an seinem eigenen Blut ersticken? Dein Onkel wird es herausfinden. Ich weiß. Taka hat etwas für dich gemacht. Ich wusste nicht, ob du es willst. Doch jetzt, falls was passiert... ...wird es nicht. Er würde es so wollen. Das ist unsere ganze Wolfswurz. Wird das ausreichen? Dafür sorge ich. Ich schalte die Wachen lieber leise aus. Dann kann ich von oben alles ausspähen. Jetzt abwarten. Wenn ich post da zu geh! Ich schalte dich. Ich schalte dich. Oh, oh, oh. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was ist das? Jinn! Wo ist der Kahn? Nach Norden. Ich soll ihm hier den Kopf des Geistes bringen. Dann hol ihn dir. Nein. Ich hätte dich töten können. Doch ich überzeugte den Kahn, dir eine Chance zu geben. Er brachte Taka auf mich. So wie du meine Männer. Ich verlor alles. Außer dich. Besiegen wir die Mongolen gemeinsam. Nach allem, was du getan hast! Sag allen, ich war dein Spion. Um das Vertrauen des Khans zu gewinnen. Den Geist glaubt man. Halt! Du warst mein längster Freund, Ryoso. Ergib dich. Und steh zu deinen Taten. Fühlen wir uns beide. Ich kann nicht. Du hättest dich ergeben sollen. Dein Onkel wird mich nicht töten. Du hältst dich nicht auf, Ryoso. Das Gift. Du brichst den Eib deines Onkels. Du liestest mir keine Wahl. Ich vergebe dir nie. Ich vergebe dir nie. Jinn! Bitte! Leb wohl, Ryoso. Geist. Briozo. Good. Die Burg gehört euch. Der Kahn marschiert nordwärts. Wir können ihn abführen. Ihr habt mir getrotzt! Ich tat, was ich musste. Für sie. Wollt ihr etwa so in Erinnerung bleiben? Er hat uns verteidigt. Und Angst und Chaos verbreitet. Es ist Krieg. Und ihr benehmt euch wieder, Feind. Das ist nicht unser Weg. Euer Weg. Rettet unser Volk nicht. Der Shogun wird einen Kopf fordern. Doch es muss nicht eurer sein. Ich weiß, sie trieb euch dazu. Onkel. Schwört dem Geist ab. Schreibt doch ihr diese Gräueltat zu. Sagt ihm, ihr seid Jinshimura, treuer Diener des Shoguns. Mein Erbe. Mein Sohn. Ich bin nicht euer Sohn. Ich bin der Geist. Und dafür wird man euch richten. Finde den Kahn. Für Taka. Geht! Ich bin der Geist. Ich bin der Geist. Was wollt ihr? Fürst Shimura hat euch Sake geschickt. Zum Dank für die Rückeroberung seiner Fähigkeiten. Bewache den Gefangenen. Der geht nirgends hin. Wenn ihr wartet, trinken eure Freunde alles allein. Ich habe nur Wasser getrunken, seit wir hier gekommen sind. Ihr habt ihn euch verdient, mein Herr. Kenji, was tut ihr da? Wonach sieht das aus? Los jetzt! Wenn ich fliehe, kann ich unser Volk nicht vereinen gegen den Kahn. Mein Onkel wird mir nie mehr trauen. Wenn ihr bleibt, schickt er euch zum Shogun zur Verurteilung. Die Befehle kamen gerade an. Das Volk braucht euch, Fürst Sakai. Yuna braucht euch. Wo ist sie? Im Norden folgt dem Kahn in die frostige Ödnis. Sie hat euer Schwert. Sie wartet auf den Geist. Vergib mir, Onkel. Findet Masako, Norio und Sensei Ishikawa. Bringt sie nach Omi. Yuna und ich öffnen den Pass und ihr stoßt zu uns. Sie wartet in Kin, mit eurer Ausrüstung, am Heiligen Baum. Euer Pferd ist in den Ställen draußen. Laut einer Dienerin ist beim Tor ein Stück Zaun beschädigt. Dort könnt ihr hinausschleichen. Ich lenke die Männer draußen ab. Aber ich will nicht hier sein, wenn sie merken, dass ihr fehlt. Danke, Kenji. Wie schmeckt euch der Sake, meine Herren? Gut genug. Ich habe gehört, dass ihr heute Abend eine Rede vor dem Hauptgebäude hält. Bin ich sicher? Hoffen wir es. Wie er sie getötet hat, das ist kein Vermeidung. Ihr seid der Geist. Seid leise, bitte. Da vorne ist ein Stück Zaun kaputt, mein Herr. Bestimmt könnt ihr dort hinaus. Danke. Keine Sorge. Wir halten alle zu euch. und? Das ist ein Stück Zaun. Bei uns gibt es den großen Zaun. Der Bruder ist in den Schäden. wir gehen dann auf den Boden. Der Bruder ist in den Schäden. 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 Und das ist ein Stück Zaun. Das ist in den Bruder. Die nördlichen Präfekturen der Krieg ist nicht vorbei. Kage! Fürst Sakai ist geflohen! Sucht überall! Findet ihn! Hat ihn jemand gesehen? Vielleicht ist er nach Norden! Ihr beiden, sattelt auf! Der Rest von euch ans Tor! Schöne, ich bin's! Ruhig! Ich bin's! Auf der Tür! Ruhig! Vergib mir, Kage! Wir müssen nach Kinn! Yuna wartet auf uns! Ruhig! 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 Ich konnte dich nicht beschützen! Ruhig! 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 Ich finde ich unerweilt. Nein. Yuna ist nicht hier. Doch diese Menschen, sie waren bestimmt Opfer der Mongolen. Blut. Doch keine Wunden. Mehr Dorfbewohner. Wodurch starben sie? Ihnen läuft Blut aus dem Mund. Riecht nach... Wolfswurz. Die Mongolen wissen, wie man mein Gift macht. Jetzt setzen sie es gegen uns ein. Sie haben mich vergiftet. Ich kann sie im Sturm abschütteln. Sie sind gezielt, Herr Erdogan. Du verdammt, dass du weißt! Sie zählen, alter Schnee! Nein! Komm schon! Lara Gaul! Yuna? Bist du das? Wie ist die Geschichte der Scharker? Und das ist ein Versuch des R grateful claims. Aber du bist doch dieses Versuch. Wichtig ist, dass du dich in der Zeit gekommen bist. Sie haben den Drht und der Brust sie durchgeholt. theanos-Rakon-Rakon-Rakon-Rakon-Rakon-Rakon-Rakon-Rakon-Rakon-Rakon-Rakon-Rakon-Rakon-Rakon-Rakon-Rakon-Rakon-Rakon-Rakon-Rakon-Rakon-Rakon-Rakon-Rakon. Sie es? Ich weiß es nicht, aber Sie können es jetzt selbst herstellen. Sie haben es wohl an den Leuten von Kim getestet. Bevor die Stadt verbrannte, sah ich Familien, die in Blutlachen lagen. Es gibt nur noch einen Ausweg. Kutun Khan töten. Seine Armee ist jetzt in einer Festung an der Küste. In Izumi. Wir brauchen ein Sammellager in der Nähe. Ich schaue, was ich finde. Deine Sachen sind in der Truhe. Triff mich am Aussichtsturm, wenn du bereit bist. Ich muss Yuna finden. Ein Versteck. Irgendwo beim Berg. Die Yoga-Koop-Pagode. Geschützt, verteidigungsfähig und in unmittelbarer Nähe zur Festung des Khans. Da wäre nur ein Problem. Die Mongolen besetzen sie. Das lässt sich beheben. Auf zu den Pferden. Was ist mit deinem Pferd? Auf der Flucht. Schossen die Wachen auf uns. Sie töteten Kage. Tut mir leid. Dann müssen diese hier halten. Vorerst. Sind diese Menschen aus Kinn? Ich weiß nicht. Die Mongolen brannten viele Städte nieder. Hätten wir nur ihre Armee verfolgt, statt einander zu bekämpfen. Wieso hast du dich deinem Onkel ergeben? Ich konnte dich ihnen nicht überlassen. Mein Onkel brauchte einen Sündenbock. Und ich war seine erste Wahl. Er wollte mich nur beschützen. Gemäß seiner Pflicht vor dem Shogun. Ich ergab mich, damit du nach Norden fliehen und den Kahn verfolgen konntest. Chimura ist dann nah, sich gegen dich zu wenden. Für ihn war ich wie ein Sohn. Ich habe seinen Traum zerstört. Indem du das Richtige tatest. Recht zu haben, macht nicht immer alles besser. Sag das denen, die du gerettet hast. Wenn wir den Kahn töten und die Mongolen verjagen, besteht die Chance, dass dein Onkel dir vergibt? Als ich noch jung war, wurde Chimura mein Vater, mein Sensei, meine ganze Welt. Ich wollte ihn nie enttäuschen. Ich muss darauf hoffen, dass seine Wunde heilt. Was auch geschieht, seine Vergebung ändert nicht, wer ich bin. Er glaubt, ich hätte dich verdorben. Ich traf meine eigene Wahl. Es hat mich viel gekostet. Doch ich würde es wieder tun. Selbst wenn der Shogun mich als Verräter brandmarkt. Wir sind fast am Yogaku-Tempel. Es gibt ein Fischerdorf am See. Von dort könnten wir das Tempelgelände ausspälen. Lass die Pferde hier. Wir gehen zu Fuß. Der Wald hier ist sehr dicht. Gute Deckung. Für uns und für die Mongolen. Der sicherste Weg zum Tempel ist vielleicht durch offenes Gelände. Oder eingefrorenen See. Sie haben Gefangene. Sie werden erfrieren. Wir befreien sie, säubern das Fischerdorf. Dann erobern wir den Tempel. Eine Signalkanone. Um den Tempel vor Angriffen zu warnen. Bitte lasst mich gehen. Ich gebe euch alles, was ihr wollt. Wir arbeiten uns hier zu Tode. Ihr seid jetzt frei. Das waren alle hier. Der Tempel ist besser geschützt. Ein Ansturm wäre unklug. Sehen wir uns das mal genauer an. Da ist Sprengstoff auf dem Eis. Machen wir es uns zur Nutze. Bogenschützen beobachten den See. Die sehen uns kommen und schalten uns aus. Locken wir sie zu uns. Wie? Mit der Signalkanone. Das lockt sie auf das Eis. Dann teilen und herrschen wir. Halte Wache. Ich locke sie heraus. Das weckt ihre Aufmerksamkeit. Sollte zurück zu ihnen. Es funktioniert. Sollte sie auf dem Eis. Legen wir sie. Geschafft. Ihr seid sicher. Wir dachten, wir würden als Sklaven sterben. Die tun euch nichts mehr. Das wäre alles. Keine Mongolen. Feste Mauern. Wir sind hier wohl sicher. Hey. Dein Onkel wählte seinen Weg. Und ich meinen. Kotun hat Shimuras Taktiken studiert. Er kann eine Samurai-Mäh zerschlagen. Doch auf uns ist er nicht vorbereitet. Wir lassen ihn bluten. Für Taka. Für alle. Wir können die alte Straße von Omi durch Fort Camino Dake benutzen. Aber die Mongolen kontrollieren sie. Du brauchst Hilfe, um sie zu vertreiben. Ein paar Jäger haben auf dem Sago ihr Lager. Ihr Anführer heißt Takeshi. Freund von dir? Nein. Aber er wird tun, worum ich ihn bitte. Und er hat gute Schützen. Triff dich mit ihnen. Ich schleiche mich durch die Burg deines Onkels und treffe unsere Freunde in Omi. Greift ihr das vor von Süden her an. Ich schlage aus dem Norden zu. Mit deinen Jägerfreunden. Glaubst du, das klappt? Ja. Sei vorsichtig, Juna. Du auch. Wir teilen gern unser Lagerfeuer, mein Herr. Seid ihr Takeshi? Ihr kennt meinen Namen? Ich bin Jin Sakai. Juna schickt mich. Sie lebt? Wo ist sie? Mongolen versperren den Pass nach Omi. Ich kann den Weg nicht alleine räumen. Juna sagte, ihr könnt helfen. Hm. Klingt gefährlich. Ich dachte, ihr seid ein Meisterjäger. Der beste Bogenschütze der Präfektur. Hat Juna das erzählt? Sie glaubt, ihr seid bereit zum Kämpfen. Liegt sie falsch? Was mich angeht? Nein. Doch meine Leute riskieren ihr Leben nicht grundlos. Es wird ein kalter Winter. Warum im Gebirge Eichhörnchen jagen statt? In einer warmen Festung zu leben. Können wir bis zum Frühling bleiben? Dann gern. Abgemacht. Das wird keine Wildschweinjagd. Kommt hier rüber, dann versteht ihr. Mongolenschützen bewachen das Tor. Streifen reiten täglich ein und aus. Wenn wir von dieser Seite reinkommen, greifen Juna und der Rest meiner Freunde von Süden an. Juna wird dort sein? Gut. Das Fohr wurde auf den Klippen gebaut. So können wir hineinkommen. Holzfällerlager. Lieferte Nutzholz ans Fohr. Habt ihr keinen mehr gesehen, seit die Mongolen aufgetaucht sind? Wie gut könnt ihr klettern? Besser als die meisten. Wie gut könnt ihr den Klippen gebaut? Aber es dauert eine Stunde. Wenn wir hier noch lange sitzen, sehen die Mongolen uns mit Sicherheit. Weg von der Kante. Ich bin gleich bei euch. Sicher? Wie? Hat der das gesehen? Yuna hat ein paar interessante Freunde. Planen wir den Angriff. Von hier drüben kann man hineinsehen. Wir gehen auf dieses Dach. Greifen von oben an. Ihr klingt wie Yuna. Sie war eine gute Lehrerin. Schützen an diesem Punkt haben gute Sicht auf den Innenhof. Und jede Menge Ziele. Die meisten Männer sollen dorthin. Ihr da kommt mit. Alle anderen ab zum Grat. Tötet jeden Feind, der mich sieht. Verstanden. Viel Glück. Was für Tiere machen sowas? Mongolische. Die Holzfäller müssen Widerstand geleistet haben. Bringen wir jeden Mistkerl hier im Vorurm. Noch eine Patrouille. Wir schlagen zu, wenn sie durchkommen. Versteckt euch. Ihr habt ihn gehört. Los! Feuer frei auf mein Signal. Lasst sie näher kommen. Jetzt! Tötet sie alle! Die Mongolen haben die meisten Leute dort drüben. Das ist unsere Chance. Bei einem Sturmangriff über die Brücke müssen wir uns schnell um diese Huacha kümmern. Könntet ihr euch mit eurem Haken unter die Brücke schleichen und ihre Huacha übernehmen? Ich könnte mich an dem Baum hinüberschwingen. Auf dieser Seite kommt man die Klippe hoch. Wenn sie euch sehen, können wir auf sie schießen. Ob Sturmangriff oder Schleichen. Das wird riskant. Wir werden euch folgen, Fürst Sakai. Haltet eure Leute bereit. Haltet eure Leute bereit. Die Klippe der Mongolen sind übel. Nur die wenigen hier. Dann beenden wir es! Das war knapp. Das vorgehört uns, mein Herr. Geht es allen gut? Ausgezeichnet. Im Großen und Ganzen. Schön, euch zu sehen, Fürst Sakai. Ist es hier oben überall so kalt? Ja. Man gewöhnt sich dran. Nehmt die nötigen Vorräte und bereitet den Ritt nach Yogaku vor. Also, du und Takeshi. In einem früheren Leben. Er und seine Leute sind mehr als Jäger, nicht wahr? Das hängt vom Blickwinkel ab. Ich sagte, sie können bleiben und den Pass für uns halten. Aber wehe, Banditen machen den Unschuldigen Ärger, die vor den Mongolen fliehen. Er weiß, was ich ihm antue, wenn er das wagt. Ich glaube, er wäre froh, dich wiederzusehen. Er hat mich gesehen. Wir können gehen. Bringen wir alle nach Yogaku. Dort planen wir unseren letzten Angriff. Wird Zeit, dass der Khan stirbt. wird Zeit, dass der Khan gelegt wird. Jin. Tut mir leid, dass ich störe. Tut ihr nicht. Ihr habt gebetet. Zu meinen Vorfahren. Damit sie mir vergeben, was ich jetzt tun muss. Was sagen Sie? Ich kann sie nicht hören. Vielleicht schweigen eure Vorfahren, weil sie nicht tun können, was ihr tun müsst. Ich weiß, wo meine Schwester ist. Im alten Fuhr des Kikuchi-Clans. Ihr seid bereit? Ich habe keinen Weihrauch mehr übrig. Und auch keine Gebete. Zum Kikuchi-Anwesen geht es hier lang. Wie habt ihr eure Schwester gefunden? Sie war mit einem Ikeda verheiratet, der für Kikuchi arbeitete. Die Clanfestung ist in der Nähe, am Fuß des Bergs. Sie wollte schon immer ein Haus, eigene Besitztümer. Und als Kikuchis Leute bei Komoda fielen... Versuchte sie natürlich, Kikuchis Besitz an sich zu reißen. Nachdem sie an eurem Jahr gescheitert war. Ich habe mich umgehört. Offenbar ist ein neuer Clan eingezogen. Ihr Wappen ist das auf den Nachrichten. Wer ist sie es? Sie hat wohl eine Zuflucht für Flüchtlinge eingerichtet. Offenbar weiß sie, wie es ist, sein Zuhause zu verlieren. Meint ihr das stimmt? Das werden wir rausfinden. Warum behauptet sie, ihr Zuhause verloren zu haben? Sie musste fort, als sie Ikeda heiratete. Ihr sagtet, Ikeda war ein Arbeiter? Ja. Aber ihr seid die Jüngere. Warum habt ihr einen Samurai geheiratet? Als wir klein waren, griffen Banditen unser Haus an. Hana versteckte sich mit den Eltern. Ich ergriff ein Schwert. Erst als ich die Banditen erledigt hatte, eilte ein Samurai-Trupp zu Hilfe. Adachi führte ihn an. Hana sah in ihm eine Aufstiegsmöglichkeit, aber er hatte nur Augen für mich. Dann war es Alphasucht. Die Wurzel so manchen Verrats. Ich wollte ihren Herzschmerz lindern. Also half ich bei der Planung ihrer Ehe mit Ikeda und sie ging nach Norden. Kanntet ihr den Mann, zu dem ihr eure Schwester schicktet? Ikeda war ein respektierter Witwer. Sein großes Herz wurde bewundert. Eine solche Maske fällt hinter geschlossenen Türen schnell. Worauf wollt ihr hinaus, Jin? Ich möchte verstehen, warum sie euch nach all den Jahren noch so verzweifelt zerstören möchte. Ihr müsst nur eine Sache verstehen. Hana hat meine Familie ermordet und heute wird sie dafür büßen. Gab es je Vorzeichen ihres Verrats? Wir standen uns nie nahe, aber wir waren stets herzlich zueinander. Ich traf sie bei Fürst Shimuras Konklaven. Wir tauschten Höflichkeiten aus. Ich ahnte nicht, welchen Hass sie im Herzen trug. Aber sie war in eurem Haus, am Tag des Angriffs. Sie kam am Morgen, um mit mir auf Kunde aus Komoda zu warten. Wir machten uns Sorgen um unsere Männer. Es war das erste Mal, dass ich mich ihr wirklich nahe fühlte. Sie lernte meine Enkel kennen, brachte Geschenke. Sie liebten sie. Jetzt weiß ich, sie suchte keinen Trost. Sie wollte uns sterben sehen. Die Frauen eurer Familie kämpften. Das habe ich selbst gesehen. Ich blieb bei den Frauen meiner Söhne, während Hana mit den Kindern zu den Stellen lief. Später fand ich, was ich für ihre Leiche hielt. Das Gesicht war entstellt. Nicht mehr zu erkennen. Aber die Goldscherpe war Hanas. Ich beerdigte sie mit meiner Familie. Sie erfuhr sicher, dass sie überlebt habt. Häuschte deshalb ihren Tod vor. Ein schlauer Plan. Dass ich überlebte, war ihr schlimmster Fehler. Wir sind fast da. Lass die Pferde hier. Wir gehen zu Fuß. Wachen am Tor. Bereit machen. Wenn das hier eine Zuflucht ist, dürfen wir nicht was erzählen. Sie hilft also den Menschen. Hana hilft niemandem außer sich selbst. Fürstin Hana, zeig dich! Tötet sie! Wo ist sie? Es reicht mir! Tötet sie! Bringen wir es hinter uns! Scheiße! Geiß! Geiß sie die Weh! Joa! Ihr müsst es doch nicht tun! Nooo! Ja! Geiß! Bitte, tötet mich nicht. Wo ist Fürstin Hanna? Im Anwesen auf dem Hügel, mein Herr. Sag dem Feigling, ihre Schwester ist hier. Was werdet ihr tun, wenn ihr sie seht? Das, was sie mir angetan hat. Sie ist noch immer Familie. Meine Familie ist tot. Sie ist nichts als eine Mörderin. Hanna, zeig dich endlich! Kleine Schwester. Ich sollte glauben, ich hätte dich beerdigt. Wer war es wirklich? Eine Bauersfrau. Die Mongolen hatten sie getötet. Hast du um mich geweint? Du hast mir alles genommen. Töchter und Enkelkinder. Nicht annähernd genug. Die Mongolen brachten mich um Adachis Tod. Und du bist deinem entkommen. Doch endlich werde ich alles bekommen. Tötet sie! Nehmt ihr Hanna. Ich übernehme die. Danke. Kommt her und kämpft! Falt für ihn! Nehmt ihr Hanna. Nehmt ihr Hanna. Nehmt ihr Hanna. Nehmt ihr Hanna. Hanna. Wenn ihr Hanna. Ihmt ihr Hanna. Du Mörderin meiner Kinder, meiner Enkelkinder, meiner gesamten Familie. Ein geringer Preis für das, was du getan hast. Ich habe nichts getan. Du nahmst dir alles. Vertriebst mich aus unserem Haus. Nahmst dir das Leben, das mir zustand. Liesest mich mit diesem brutalen Säufer in dieser Eishölle zurück. Du müsstest auf ewig Schmerzen leiden, um zu verstehen, was ich durchgemacht habe. Was du mir aufgezwungen hast. Nichts davon ist meine Schuld. Oh doch! Und du wagst es, es abzustreiten! Du willst mich töten? Na dann tu es! Als deine einzige gute Tat! Ich kann dein Leid nicht beenden. Doch du schon! Jetzt hast du nicht mehr! Ich habe die meinen nie betraut. Ich habe versucht, sie zu ehren, die Erinnerungen zu schätzen und zu wahren. Doch sie verschlingt sie. Noch immer. Ich habe nichts mehr. Nein. Ihr habt erreicht, was ihr erreichen wolltet. Ihr habt eure Familie geehrt. Für Recht gesorgt. Jetzt findet euren Frieden. Dieser Weg führt nicht zum Frieden. Wohin denn dann? Ich weiß es nicht. Ich muss ihm weiter folgen, bis ich es herausfinde. Ich will nicht, dass ihr geht. Ich muss. Aber ich werde da sein, wenn ihr mich braucht. Sakai, wir müssen reden. In eurem Alter nannten mich die Leute den nächsten Tadayori Nagao. Ihr seid der beste Schütze aller Zeiten. Nicht mal annähernd. Aber ich bin sehr gut. Ich bin dankbar für alles, was ihr mich lehrtet. Ich widmete mich meinen Studien. Und hatte nie Zeit für Familie. Tomoe war meine Erbin. Ihre Taten. Ich konnte ihr nicht vergeben. Niemand hätte das. Ich widmete mein Leben dem Bogen. Das Leben, das er mir gab, war bemerkenswert. Doch das Leben, das er mir nahm... Familie ist viel wichtiger. Sensei. Werdet nicht wie ich. Lasst euch nicht vom Geist verzehren. Tomoe ist irgendwo in Kamiyagata. Ein letzter Versuch, die Mongolen zu sammeln und ihren Ruf zu retten. Ist sie dort. Finden wir sie. Und beenden es. Ja. Werden wir. Was ist das dort? Nongolenkonvoi. Eliminiert. Von wem? Karren verbrannt. Brandpfeile? Haben alle Pfeile im Rücken. Vermutlich einen Hinterhalt. Japanische Pfeile. Fürs Chimuras Männer? Das waren japanische Schützen. Wohl eine Gruppe. Außer Sensei Ishikawa war hier. Bitte. Verzeiht mein Herr. Schleicht euch lieber nicht an mich heran. Gehört ihr zu dem Mann, der die Mongolen tötete? Er war ein Samurai, aber älter. Burgenschützer. Sensei Ishikawa. Wo ist er? Er sagte, er wolle in ein oder zwei Tagen wieder zu mir kommen. Wieso zu euch? Ich habe Essen, ein Feuer, was immer er vorhatte. Es schien dringend. Womöglich ist der Tomoe auf der Spur. Wo ist euer Haus? Nicht weit. Doch ein Sturm zieht auf. Und ich muss nach meinen Fallen sehen. Danach bringe ich euch hin. Gut. Ich komme mit euch. Wie ist euer Name? Matsu, mein Herr. Was genau hat Sensei Ishikawa zu euch gesagt? Nichts weiter, mein Herr. Er war nicht gerade freundlich. Das klingt nach ihm. Ich sprach noch nie mit einem echten Samurai. Der Krieg sorgt für unerwartete Treffen. Dürfte ich euch eine sehr gute Frage stellen? Überlegt sie euch gut. Wie ist es, die Macht über Leben und Tod in den Händen zu halten? Es ist eine schwere Bürde. Aber eigentlich genießt ihr es. Nur ein Monster würde das genießen. Diese Antwort hatte ich nicht erwartet. Dort. Eine meiner Fallen. Seht schnell nach. Ich will Ishikawa nicht verpassen. Verdammt. Lea. Ich muss sie neu stellen. Beim Jagen hättet ihr mehr Glück. Das könnte ich nicht. Zu brutal. Vielleicht ein anderer Köder. Mein Köder ist immer derselbe. Was benutzt ihr? Die Illusion einer Chance. Da liegt das Problem. Das klappt nur bei Männern. Hier lang, mein Herr. Das Überleben hier oben ist schwer. Das ist es überall. Ich floh nordwärts, als die Mongolen kamen. Allein? Meine Eltern sterben, als ich ein Kind war. Seitdem bin ich allein. Eure Familie muss sehr wichtig sein. Mein Onkel ist Fürst Shimura. Wartet. Die Leute erzählen von euch. Ihr seid der Geist. Doch ihr seid nicht zehn Shaku groß und habt Dämonen-Augen. Das glaubt ihr. Doch Dämonen besuchen Menschen oft in Tarnung. Dämonen gibt es nicht. Das weiß ich. Hoffentlich. Außerdem seid ihr zu stattlich für einen Dämon. Und wäre ich ein Dämon, würde ich euch zustimmen. Seht. Sie stehlen meinen Fang. Vertreibt sie, mein Herr. Bitte. Wartet hier. Sie leiden Hunger. Hey. Bitte tut uns nichts, mein Herr. Das gehört euch nicht. Es tut uns leid. Es ist nur ein Eichhörnchen. Wir haben tagelang nur Gras und Baumrinde gegessen. Nehmt es und geht. Hab Dank, mein Herr. Sie sind entkommen. Sie sind entkommen. Mit dem Abendessen. Sie waren am Verhungern. Und keine Bedrohung. Klingt nicht nach dem Geist aus den Geschichten. Nicht alle Erzählungen über mich sind wahr. Der Schneesturm erreicht uns gleich. Wie viele Fallen fehlen noch? Nur noch eine. Aber die ist weiter weg. Niemand wird glauben, dass ich euch getroffen habe. Wie ist es, der Geist zu sein? Es ist nicht leicht. Doch so gefällt es mir. Keine Zweifel. Oder Reue. Doch. Aber ich tue, was nötig ist, um die Invasoren zu vertreiben. Wir sollten bald zurückgehen. Ich möchte Sensei Ishikawa nicht verpassen. Die letzte Falle ist nicht mehr weit, mein Herr. Da sind wir. Hoffentlich müssen wir nicht hungern. Seht nur! Abendessen! Habt ihr etwas? Vielleicht können wir doch noch zivilisiert speisen. Was ist dort? Das Festland. Keine Mongolen. Kein Krieg. Dort könnte ich neu beginnen. Wenn ihr es zum Festland schafft, was dann? In Kyoto eröffne ich ein Gasthaus, lerne Shamisen zu spielen und empfange Tag für Tag die allerschönsten Männer und Frauen. Und meine Diener rauben sie heimlich aus. Klingt nach Ärger für Kyoto. Es schneit heftiger. Wir sollten gehen. Vielleicht wartet euer Sensei auf uns. Das Wetter wird schlechter. Bleib dicht bei mir. Noch dichter und wir müssen uns ein Pferd teilen. Wie bitte? Vergesst es. Reitet weiter. Seil! Kein Weg! �� ... Mein Herr! Mongolen! In der Nähe des Hauses. Ich knöpfe sie mir vor. Bleib zurück! Gehen Sie bitte! Die Geschichten über euch wundern mich nicht. Wo ist euer Haus? Nicht mehr weit. Kommt. Da sind wir. Gehen wir hinein. Ihr wirkt zu gütig für den Geist, doch. Wie ihr die Mongolen getötet habt. Ich tue, was ich muss für Tsushima. Die Wahrheit ist, wir sind beide Überlebende. Wir tragen Dunkelheit in uns. Wäre dem nicht so, wären wir tot. Sensei Ishikawa sagte etwas ähnliches. Doch aus eurem Mund klingt es aufrichtiger. Tomoe. Ishikawa sagte stets, ich unterschätze meine Gegner. Ich habe keinen Pfeil im Rücken. Wieso nicht? Die Mongolen wandten sich gegen mich. Weil ihr sie lehrtet, unser Volk abzuschlachten. Ein Fehler, den ich beheben wollte. Ich kann nicht alle meine Schützen töten. Nicht allein. Ihr braucht mich. Und den Sensei. Doch wir brauchen euch nicht. Ich kenne ihr nächstes Angriffsziel. Wir können ihn auflauern. Ihr bekommt einen Sieg. Ich meine Rache. Ich bespreche es mit Sensei Ishikawa. Jin. Ihr könnt hier übernachten. Nein, Tomoe. Kann ich nicht. Sakai. Gibt es Neues? So in der Art. Ich sprach mit Tomoe. Sie versteckt sich im Norden. Die Mongolen sind jetzt gegen sie. Wenn ihr sie gesehen habt, warum lebt sie dann noch? Ihre Schützen bereiten einen Großangriff vor. Sie will, dass wir drei sie ausschalten. Oder sie will mit unseren Köpfen wieder zurück zu den Mongolen. Sie hätte mich töten können, Sensei. Aber hat es nicht. Es hat mir bisher nur geschadet, Tomoe zu vertrauen. Ich vertraue ihr nicht. Aber wir brauchen ihr Wissen. Und sie braucht unsere Hilfe. Dann ist sie ein Narr. Und wir beenden es. Ein Glück, dass ihr kamt. Höhe! Sakai. Habt ihr von Tomoe gehört? Wir drei werden uns treffen. Dann verrät sie, wo und wann ihre Schützen angreifen wollen. Wird sie uns die Wahrheit sagen? Wir werden sehen. Und Sakai, wir dürfen uns keinen Fehler erlauben. Ich bin vorbereitet, Sensei. Gehen wir. Gehen wir. Wo wollen wir hin? Nördlich der Umugi-Buch. Sie will uns in einer alten Spielhülle treffen. Eine gute Stelle für einen Hinterhalt. Wir sind im Vorteil. Die Mongolen haben sie verraten. Sie ist verzweifelt. Verzweifelte Feinde sind gefährlich. Denn sie sind unberechenbar. Tomoe hat zwei Möglichkeiten. Mit uns arbeiten oder uns verraten. Ihr habt sie kennengelernt. Was denkt ihr? Sie griff mich in Yogaku nicht an. Vielleicht ein Trick, um euch in Sicherheit zu wiegen. Wir rechnen mit Verrat. Wenn sie uns nicht hereinlegt, hören wir sie an. Und wenn der Angriff stattfindet, kooperieren wir. Danach kümmern wir uns um sie. Sie hat ihr Volk verraten. Dafür wird sie büßen. Was sagt ihr ihr, wenn ihr sie seht? Ich habe Tomoe nichts zu sagen. Ihr wollt keine Antworten? Seit sie überlief, hattet ihr keinen Kontakt mehr. Als sie mich verriet, nahm sie sich jede Chance auf Gespräche. Wir nähern uns. Augen auf! Wir gehen zu Fuß weiter. Kopf runter. Hier könnten sich Schützen verbergen. Das ist die Spielhölle. Keine Mongolen. Soweit wir das sehen. Halt, Stopp. Die Erhöhung dort rechts. Ich gehe da in Position. Und ihr... Sensei Ishikawa. Jin! Wenn ich euch töten wollte, wärt ihr bereits tot. Verdammt! Hier rüber! Ihr solltet ihr warten. Auf keinen Fall. Bleibt wachsam. Sensei. Jin. Noch immer so selbstsicher. Das musstet ihr mir nie beibringen. Eure Schützen planen einen Angriff. Wo und wann? Umugi-Bucht. Und schon unterwegs. Wieso so offen? Der Khan hat mich betrogen. Ich nehme ihm meine Schützen. Und wenn wir sie nicht aufhalten, löschen sie die Umugi-Bucht aus. Ich glaube euch nicht. Tut nichts. Und seht, was geschieht. Verdammt! Sie sind mir gefolgt. Verflucht, Tomoe! Keine Fallen mehr, Tomoe! Das war keine Falle! Sie hat auch gegen die Mongolen gekämpft, Sensei. Um uns zu täuschen und in Sicherheit zu wiegen. Wenn ich euch mit einem Pfeil durchbohren will, könnt ihr mich nicht aufhalten. Genug. Die Umugi-Bucht könnte in Gefahr sein. Wir müssen los. Gut. Doch wenn Tomoe nur falsch atmet, landet sie im Dreck. Ihr zwei. Hier lang. Die Umugi-Bucht zu retten, löscht eure Untaten nicht aus, Tomoe. Sie zwangen mich, den Weg des Bogens zu leeren. Zwangen sie euch auch, die Euren in Fort Nakayama zu töten? Sie wurden gefoltert. Ich schenkte ihnen den Gnadentod. Und die Mongolen verschonten mich. Ich entschuldige mich nicht fürs Überleben. Mongolenpatrouille! Ich hab sie. Wie kommen wir am besten zur Küste? Sieht man uns auf dem Weg zur Omugi-Bucht? Werden die Schützen alarmiert? Stimmt. Wir sollten die Straße meiden. Hier über dieses Feld. Wie fandet ihr mein Lager in Akashima? Eure Leute griffen mich an. Wir verfolgten sie. Sie hatten Befehle, euch beide zu meiden. Ich wollte ein Dutzend weitere Lager. Gut, dass sie eure Befehle ignorierten. Ich verlor die Kontrolle. Als wir Kushi erreichten, hatte ich nichts mehr zu sagen. Da sind noch mehr. Viel mehr. Reifte an. Schlecht, Sakai. Ihr klingt wie Sensei Shikar. Die Bäume am Ende des Feldes. Dort können wir ausruhen. Ungesund. We shall us good. Tomoe, in Kushi verlor sie die Kontrolle über die Mongolen. Doch eine Frau sah euch dort mit ihnen. Ihr habt sie lebendig verbrannt. Das bin ich nicht gewesen. Nicht mit eurem Bogen. Doch ihr lehrtet ihre Mörder. Meistens brachte ich sie dazu, Leben zu verschonen, statt zu nehmen. Hier rüber. Runter. Die Mongolen bieten alles auf. Sie sind hinter mir her. Ich dachte, sie wären weg. Und das erwähnt ihr erst jetzt? Besser jetzt als nie. Wartet hier bis zur Nacht. Wir nutzen die Dunkelheit zu unserem Vorteil. Verschonen sie die Bucht bis dahin? Nein. Sie bringen Schützen in Stellung, damit niemand heraus kann. und planen ihr Gemetzel. Wut euch aus. Ich halte Wache. Sonnenuntergang. Bereit? Tomoe, ihr geht voran. Der Sensei und ich folgen. Wollt ihr mir in den Rücken fallen? Entdecken euch die Mongolen, verschwinden wir und töten sie. Geht hier. Bleibt in der Nähe. Lasst sie nicht aus den Augen, Sakai. In Ordnung, Sensei. Gut. Mongolenspäher voraus. Jin, einer für euch und einer für mich. Es kommen noch mehr. Versteckt euch. Nicht verfehlen, Sensei. Ein Pfeif, ein Tod. Ihr habt den letzten mit dem kreisender Falkeschuss erlegt, Sensei. Das habt ihr gesehen? Eure Technik ist auch neu. Ich nehme die rechte Hand runter, wenn man dann loslässt. Hm, wie interessant. Niemand hat gesagt, das würde leicht. Kämpfen wir hier, werden die Schützen alarmiert. Dann greifen sie an, bevor wir in der Bucht sind. Zu hohes Risiko. Was denkt ihr, Sakai? Folgt mir. Nicht zurückfallen. Meine Schützen. Greifen wir an, ziehen sie sich in die Stadt zurück und verteidigen sich dort. Unschuldige werden sterben. Seht ihr die Fässer auf den Wagen? Ich schleiche mich an. Ein Brandpfeil. Wenn ihr schießt, schnappen sie euch. Wenn ihr zwischen den Bäumen bleibt. Verfehle ich sie. Ich muss näher heran. Wieder gut machen, was ich angerichtet habe. Geht. Ihr vertraut ihr? Ich vertraue ihrem Rachedurst. Deswegen war sie uns immer einen Schritt voraus. Ihr habt sie viel gelehrt, Sensei. Ich weiß. Bereit machen. Jetzt! Nicht schlecht, Sakai. Wo ist Tomoe? Weiß nicht. Ist sie verletzt? Tomoe! Gegen Ende des Kampfes stand sie bei dem Torbogen dort drüben. Er führt direkt zur Omogi-Bucht. Wenn sich Mongolen dorthin zurückgezogen haben... Hat sie sie gewiss gejagt. Der Tod von Tomoe's Schützen macht ihre Verbrechen nicht ungeschehen. Aber sie hat Rache genommen. Ist das alles? Sie hat mit uns gekämpft. Das ist von Bedeutung, sobald der Feind besiegt wurde. Vergesst die Mongolen. Was will sie in der Omogi-Bucht? Hier gibt es nichts außer Diebe, Meuchelmörder... Verdammt. Und Schmuggler. Sie will mit einem Boot von der Insel. Ihr da! Ja, mein Herr. Ist hier eine Frau vorbeigekommen? Eine Kriegerin. Sie wollte zum Strand. Hier lang! Tomoe hat uns zum Narren gehalten. Sie half, die Omogi-Bucht zu retten. Die Mongolen waren hinter ihr her. Wir gaben ihr eine Möglichkeit, die Insel sicher zu verlassen. Wir liegen immer einen Schritt zurück. Aber noch können wir sie aufhalten. Das ist die Mongolen so lange in Ruhe. Das ist die Mongolen so lange in Ruhe. Wartet. Sensei Ishikawa, wir haben einander scharf verurteilt. Doch der Buddha lehrt uns, dass unsere größten Feinde die besten Lehrer sein können. Ich bin dankbar für eure Lehren. Und dass ich an eurer Seite kämpfen durfte. Ein letztes Mal. Ich war eure Schülerin. Ich wäre eure Tochter geworden. Doch der Weg des Bogens liegt nun hinter mir. Was liegt voraus? Ich bin wie ein Pfeil, Schnelle, durch die Luft. Wer weiß, wo der Wind mich hinträgt. Es ist vorbei. Vielleicht erreicht sie Kyoto doch noch. Wäre sie jemand anderes, hielte ich es für unmöglich. Wir müssen einen Krieg beenden. Meine Heimat aufbauen. Ich habe keine Lehren mehr für dieses Leben. Außer eine. Versprecht mir, meine Fehler nicht nochmal zu machen. Versprochen, Sensei. Ich hoffe, Abt Kumai ist sicher. Der Abt ist aus dem Zedern-Tempel. Warum kam er hierher? Um den Mongolen in Toyotama zu trotzen. Aber als sie angriffen, floh er. Der Kampf war chaotisch. Die Verfolgung könnte schwierig werden. In der Nähe ist ein Hof, der den Tempel versorgt. Dort fangen wir an. Ich war dort. Die Mongolen hatten es eingenommen. Ich habe dem ein Ende gesetzt. Dann hat der Abt eine Zuflucht gefunden. Ich erinnere mich, dass Abt Kumai schon einmal vermisst wurde. Eine Fede der älteren Mönche hatte den Tempel entzweit. Worum ging es bei dem Streit? Ich weiß es nicht mehr. Aber damals schien es wichtig zu sein. Der Abt war eine Woche verschwunden. Alle waren mit der Suche beschäftigt. Was war passiert? Er hat sich vor uns versteckt. Wir stritten nicht mehr, weil wir ihn suchten. Hat das die Sache nicht verschlimmert? Er hat uns gezeigt, dass unser Streit nicht so wichtig war, wie wir dachten. Das hätte er einfach sagen können. Der Abt sagt immer, wenn niemand zuhört, dann lässt er Taten sprechen. Allein der Abt hält den Kuschidera-Tempel noch zusammen. Wenn ihm etwas zustößt, werden die Mönche Kuschi verlassen. Bestimmt finden wir Abt Kumai dort. Hm? Denkmäler an Fürst Adachi zu zerstören. Ihr auf Tsushima? Klar. Aber sie wissen nicht, wer er ist. Vielleicht kennt man Adachi auch außerhalb Tsushima's. Wie soll das wissen, dass sie seine Denkmäler sind? Ich weiß nicht. Ist das der Abt? Diese Hunde lieben Feuer, oder? Das ist nicht der Abt. Nur einer seiner Anhänger. Sucht weiter. Er ist tot. Gebändig verbrannt. Jojo. Wasserfässer. Umgekippt. Ein Strohbett. Hm. Feucht. Könnte sich der Abt gerettet haben? Er hat sich mit nassem Stroh geschützt und ist hinten raus. Vielleicht hat er überlebt. Wer immer überlebt hat, ist dort lang. Dann gibt's noch Hoffnung. Die Abdrücke sind tiefer, weiter auseinander. Er ist gerannt. Er ist gerannt. Was macht ihr denn? Seid leise. Was hat er sich angesehen? Mut auf den Felsen. Ist das eine Hüge? Nein. Ist er... Tut mir leid, Norio. Ohne seine Führung werden die Mönche gehen. Und der Tempel wird fallen. Die Mongolen haben gewonnen. Was ist da neben ihm? Ein Lotus-Sutra. Verfasst im Blut des Abts. Seine letzte Tat. Wie ein Samurai-Totengedicht. Die Bedeutung des Sutras ist, wir können alle Buddhas sein. Vom niedrigsten Bauern zum größten Adligen. Geschrieben im letzten Atemzug. Nicht für ihn selbst, sondern für die Hinterbliebenen. Zeig das Sutra den Mönchen. Wenn sie die Hingabe des Abts sehen, könnten sie bleiben. Und dies ist das Sutra, das der Abt mit seinem eigenen Blut schrieb. Ein letzter Akt der Hingabe. Ein Aufruf gegen die Grausamkeit. Ein Ruf zu bleiben. Nicht aufzugeben. Wir werden das Opfer des Abts ehren, Norio. Der Kushi-Tempel darf nicht fallen. Einst rettete uns Enjo, der Wächtert. Jetzt haben uns sein Bruder und Fürst Sakai erneut gerettet. Und gemeinsam besiegen wir die Mongolen. Jetzt müssen wir die Buddha-Statue finden. Ich glaube, die Mongolen fürchten unsere heißen Quellen, Fürst Sakai. Sie meiden sie. Vielleicht mögen sie keinen Schwefegeruch. Oder fürchten ein Bart mache sie krank. Hoffentlich bleibt das so, mein Herr. Der einzige Krieger, der sich in Tsushima's heißen Quellen stärken sollte, seid ihr. Das bestreite ich nicht. Ich glaube, die Mongolen fürchten unsere heißen Quellen, Fürst Sakai. Sie meiden sie. Vielleicht mögen sie keinen Schwefegeruch. Oder fürchten ein Bart mache sie krank. Hoffentlich bleibt das so, mein Herr. Der einzige Krieger, der sich in Tsushima's heißen Quellen stärken sollte, seid ihr. Das bestreite ich nicht. Ihr wirkt gedankenverloren. Ist alles in Ordnung? Es herrscht zurzeit so viel Angst, mein Herr. Doch es gibt noch Orte der Schönheit, die uns erinnern, was wirklich zählt. Selbst die Vögel wissen es. Ich folgte ihnen zu einem Ort, der mich mit Frieden erfüllte. An solchen Orten schrieb ich früher Heikus. Nirgends konnte ich Geist und Körper vor einem Kampf besser fokussieren. Hoffentlich findet ihr bald wieder Frieden, Fürst Sakai. Was wollen die nur damit? Die Statue war hier. Ja, mein Herr. Die Mongolen stahlen unseren heiligen Buddha und ritten zur Küste. Wir finden die Statue und retten diesen Tempel. Nicht einmal euer Bruder konnte dieses Versprechen halten. Was ist denn passiert? Mein Bruder starb durch ein Mongolenschwert. Enjo, der Wächter, stirbt und diese Mönche wollen einfach so alles aufgeben. Sie sind Feiglinge. Sie sind Menschen. Enjo fürchtete gar nichts. Er war nicht mal 20, da rettete er den Tempel vor Banditen. Nun liegt es an uns. Wir müssen den Buddha finden und zum Tempel zurückbringen. Der Mönch sagte, sie bringen ihn zur Küste. Wir können ihre Spur aufnehmen. Ihr seid wütend. Woher wisst ihr das? Ihr seid so still. Das ist dieser Mönch. Er weiß nicht, wie mein Bruder Cushidera wirklich gerettet hat. Meines Wissens handelte Enjo allein. Nur nach der Legende. In Wahrheit befahl er seinen drei tapfersten Mönchen, die Banditen zu provozieren. Eine Ablenkung. Ein Opfer. Sie starben im Kampf, doch sie verschafften Enjo genug Zeit, die Banditen zu flankieren und den Tempel zu retten. Mein Herr, dort drüben! So kalt. Was ist passiert? Ich bin den Mongolen gefolgt. Habe sie angefleht, uns den Buddha zurückzugeben. Wo sind sie hin? Aus dem Wald Richtung Hüge. Möge euer nächstes Leben friedlicher sein als dieses. Er gab sein Leben für seinen Tempel. Wie mein Bruder. Ihr tätet dasselbe. Sucht nach der Statue. Da ist sie! Gefertigt aus einem Stern, der vor Jahrhunderten vom Himmel gefallen ist. Wunderschön. Auf der Insel gibt es nichts Vergleichbares. Bringen wir sie zurück zum Tempel. Enjo wurde zum Wächter, als Banditen den Tempel angriffen. Sie wollten diese Statue. Sie ist unbezahlbar. Bestimmt habe schon viele versucht, sie zu stehlen. Wie viele müssen zu ihrem Schutz noch sterben? Ihr wollt, dass sie geraubt wird? Nein. Doch der Tempel birgt viele Schätze. Das schürt Gier und Neid. Fürst Shimura zeigte sie mir, als ich klein war. Ich war sicher, dass der Bildhauer Buddha persönlich kannte. Als ich klein war, kam meine Familie hierher, um ein Opfer für das neue Jahr darzubringen. Da beschlossen Enjo und ich, Mönche zu werden. Früher wusste ich, wofür ich kämpfe. Wir kämpfen für unsere Heimat. Mag sein. Nurio, habt ihr mit den Mönchen gesprochen? Ihre Entschlossenheit wächst. Doch sie fürchten auch die Mongolen. Sollten sie auch. Wo sind denn alle? Am Fluss. Er ist allein. Hören wir erst, was er will. Der Geist und der Bruder des Wächters. Ich überbringe eine Nachricht. Sprich. Der Geist und die Mönche haben dem Willen des Khans getrotzt. Ergebt euch und wir verschonen diesen Ort. Weigert euch und alle werden brennen. Wir ergeben uns niemals. Dann werdet ihr sterben. Die Mönche beim Fluss. Sie sind schutzlos ausgeliefert. Dann werden wir sie beschützen. Ich kann nicht. Der Buddha. Das Sutra des Abts. Sind sie mehr wert als das Leben dieser Mönche? Ich schaffe das nicht allein. Jahrhunderte des Wissens liegen in diesem Tempel. Er darf nicht verbrennen. Doch die Mönche lasst ihr brennen. Ich sterbe für diesen Tempel. Tut, was ihr tun müsst. Dann bleibt hier. Ich suche die Mönche am Fluss und bringe sie zurück. Norio, was tut ihr? Der Tempel ist schutzlos. Tempel kann man reparieren. Leben nicht. Wir beschützen die Mönche bei der Pagode. Ich folge euch. Ihr alle, kommt mit uns! Wir beschützen die Mönche bei der Pagode. was ihr für sie getan habt. Erzählt allem vom Sieg. Dann wissen sie, dass wir für sie kämpfen. Der Kushi-Tempel hat den Invasoren getrotzt. Sogar zweimal. Wir werden Tempeln im ganzen Land ein Vorbild sein. Was werdet ihr jetzt tun? Ich sorge mich um die Mönche in Akashima. Ich kam erst hierher. Hoffentlich war das kein Fehler. Geht zu ihnen. Ich treffe euch dort. Sehen wir uns das Gelände der Buddha. Mein Bruder wurde zum Wächter ernannt, als er diesen Tempel rettete. Hätten wir die Statue nur retten können. Die letzte Lehre der Statue. Rette, was du kannst. Doch wisse, dass alles vergänglich ist. Sonderlich schön ist sie jetzt nicht mehr. Aber ein guter Lehrmeister. Die Invasoren werden unsere Arbeit hier nicht aufhalten. Fürst Sakai! Norio! Wo sind die Mönche aus eurem Tempel? Hochi und seine Anhänger kamen vom Cedan-Tempel, um die Heiler im Dorf auszubilden. Die Mongolen entführten sie. Sonst nahmen sie nichts. Hochi ging friedlich mit, da verschonten sie das Dorf. Abschlachten wäre sich wert. Unterwerfung belohnen. Kutons Lieblingstaktik. Er hätte nicht mit ihnen mitgehen sollen. Er opferte sich selbst für das Dorf. Sie werden zurückkommen. Er hat das Ende nur hinausgezögert. Dann ist es gut, dass ihr und ich hier sind. Wisst ihr, wo sie hin sind? Sie ritten an den T-Feldern vorbei. Suchen wir ihre Spuren. Zuerst das mit dem Abt in Kushin. Jetzt entführen sie Hochi und seine Mönche. Die Kriegsmönche des Cedan-Tempels sind mutig. Die Mongolen sehen euch zurecht als Gefahr. Sie kamen hier, an den T-Feldern entlang. Sucht nach Spuren. Hier sind Spuren. Spuren. Sie sind in Richtung Sumpf. Kommt! Klingt, als würdet ihr und Hochi euch kennen. Hochi beschwerte sich immer, dass mein Bruder zu kampflustig sei. Was für ein Mönch ist Hochi? In Sargo waren die Leute furchtbar krank. Ihre Gesichter und Glieder verfaulten. Jeder miett sie, nur Hochi. Er lebte unter ihm und pflegte sie. Mut zeigt sich in vielen Formen. Hochi glaubt, Kriegsmönche sind voller Wut und Hass. Aber wenn ich meine Naginata schwinge, opfere ich die wenigen, um die vielen zu retten. Und das tue ich ohne was. Da sind sie. Bleibt hier, Norio. Nicht, dass die Mönche zwischen die Fronten geraten. Hochstuhl! Ist jemand verletzt? Uns geht es gut, mein Herr. Wo ist Hochi? Eine andere Gruppe hat ihn. Norio. Sie kannten Hochis Namen. Und sie erwähnten den Zedan-Tempel. Fürst Sakai. Warum sollten Sie Hochi vom Rest trennen? Weil er der beste Heiler ist. Sie brauchen ihn vielleicht. Und er ist gern mal vorlaut. Ihr meint, er hat Sie verärgert. Ich kenne Hochi. Ja. Zieht keine voreiligen Schlüsse. Zunächst einmal müssen wir ihn finden. Ich werde herausfinden, wohin Sie ihn gebracht haben. Wir sehen uns dann in Akashima. Wir finden ihn, Norio. Fürst Sakai. Norio. Wir waren alle um Hochi besorgt. Sie brauchen eine Pause. Solche Augenblicke sind derzeit selten. Ich war mal wie Sie. Ich bin nicht mehr der gleiche Mann wie in der Nacht vor Komoda. Wie schlimm war es? Komoda? Schlimm. Wir verloren alle. Der Strand war vom Blut durchdrängt. Der Sand. Wie Brei. Ein albtraumhafter Anblick. Wir ritten Richtung Süden. Bis in die Nacht. Ein Sturm zwang uns anzuhalten. Auf einem Gehöft schliefen wir etwas. Schreie rissen mich aus dem Schlaf. Das Haus in Flammen. Plündernde Mongolen. In Ketten kamen wir nach Kaneda. Nachdem wäre ich lieber im Kampf gestorben. Ich ahne, wo sie Hochi festhalten. Wollt ihr jetzt gehen? Ja. Hier gab... Wo gehen wir hin? In ein Küstenlager. Mongolenschiffe auf dem Weg nach Norden holen dort Vorräte und Gefangene. Auf hoher See werden wir ihn verlieren. Fürst Sakai. Was macht ihr, wenn das alles vorbei ist? Ich hoffe, ich kann irgendwann heimkehren. Und neu anfangen. Ich wünschte, so ginge es mir mit meinem Tempel. So lange war mein Weg klar vor mir. Dem achtgliedrigen Pfadvolk. Meine Familie gehören. Dem Zedern-Tempel dienen. All das könnt ihr immer noch tun. Ich ging wegen meines Bruders in den Tempel. Und stellte mir immer vor, wie meine Kinder und Enjos Kinder gemeinsam aufwachsen. Unsere Frauen werden befreundet. Die Mongolen haben nicht alles genommen, Norio. Eines Tages sind sie fort. Und ihr habt euer Leben noch vor euch. Es ist nicht mehr nur mein Leben. Ich muss für Enjo und die anderen gefallenen Mönche leben. Empfindet ihr nicht ebenso für die Samurai von Komoda? Als wäret ihr ihnen schuldig. Manchmal. Als müsse mein Leben für hundert Samurai zählen. Doch das erscheint mir unmöglich. Vielleicht ist es das. Mein Leben vor der Invasion kommt mir vor wie das eines anderen. Oder wie die Kindheit. Vielleicht empfindet ihr in 20 Jahren dasselbe für diesen Augenblick. Fürst Sakai. Ich sagte doch, Hochi sei entschieden gegen Gewalt. Nur er sei anderer Meinung als die Kriegsmönche. Er hasst alle Waffen. Auch eure und meine. Wir nähern uns dem Lager. Mongolenwache. Erledigt ihn. Wer stellt sich mir zuerst? Halt doch da. Halt doch. Halt doch. Wir brauchen einen Überweg über das ganze Lager. Es ist mit dem Kornspeicher. Gut. Wir müssen Hochi finden. Die Mongolen halten da jemanden fest. Hochi. Er muss es sein. Wenn ich allein gehe, kann ich unbemerkt zu ihm gelangen. Eine Signalkanone. Ich könnte sie auslösen. Und sie ablenken. Und ich hole Hochi raus. Ich suche Hochi. Und treffe euch dort. Wartet nicht auf mich. Bringt Hochi zurück ins Dorf. Ich komme zurecht. Wir sehen uns dann alle in Akashima. Feuer die Signalkanone ab. Ich hole Hochi. Such Zuflucht bei Amida Buddha, mein Herr. Nicht! Hilfe! Hilfe! Was ist hier los? Wer seid ihr? Ein Freund. Wir müssen weg. Ich kann nicht weg. Die Mongolen bringen mich zum Zedan-Tempel. Die Menschen dort brauchen Heiler. Dringend. Dafür ist keine Zeit. Tut mir leid. Aber ich muss hier bleiben. Jin! Hochi! Was macht ihr denn hier? Der Alarm hat einen Plünderer-Trupp angelockt. Sie sind ganz nah. Verdammt! Bleibt zurück, Hochi. Wir halten sie euch vom Leib. Norio, zieht eure Klinge. Die begun worms haben sie vom Leib. Sind die anderen bei euch, Norio? Alles sind fort. Nur ich bin hier. Tut mir leid. Ich wünschte, die Blutbäder wären vorbei. Die Mongolen suchten nach mir. Ich ergab mich, um Leben zu retten. Woher wussten sie, wie sie euch finden? Sie wussten, ich war in Akashima. Und ich sollte zum Cedan-Tempel zurückkehren. Sie brauchen einen Heiler. Ihr wolltet die Verwundeten des Feindes behandeln? Ob Mongolen oder Japaner. Wir alle leiden. Einige verdienen es. Doch das heißt, ist der Cedan-Tempel gefallen? Ich weiß nicht. Norio, bring Totschi zurück ins Dorf, bevor die Verstärkung ankommt. Sie werden Rache wollen. Ich komme nach und wir machen einen Plan. Fürst Sakai! Was ist los? Mongolen sammeln sich in der Nähe. Bereit zum Angriff. Wir sollten zur Burg Kaneda fliehen. Flieht und die Mongolen werden euch jagen. Keiner von euch wird die Mauern Kanedas erreichen. Aber unsere Hände bleiben sauber. Erzählt dem Dorf, was ihr fürst plant, Totschi. Das will ich sehen. Norio, der achtgliedrige Pfad sollte euch wichtiger sein als die Meinung anderer. Erst lauft ihr Enjo nach. Jetzt Fürst Sakai? Könnt ihr nicht selbstständig denken? Nehmt meines Bruders Namen nicht in den Mund. Genug. Norio und ich übernehmen das Kämpfen. Der Rest kann sich verstecken. Ich verstecke mich nicht. Ich töte nicht. Aber ich bin kein Feigling. Ich sehe mich im Dorf um. Mal sehen, was wir schnell zur Verteidigung aufbauen können. Schad alle um euch. Macht euch bereit zum Verstecken. Eines dieser Dächer sollte gehen. Hergehört. Ihr müsst euch alle hier versammeln. Bringt eure Familie. Schnell. Hier. Perfekt. Bitte, allesamt. Alle zu mir. Ein Tempel. Dort können sie sich verstecken. Vergewissert euch, dass alle hier sind. Familie, Freunde, Nachbarn. Fliehen wir in den Sumpf. Verirren sich die Leute. Werden getrennt. Leichte Beute. Kommt alle her. Nicht weglaufen. Keine Mauern. Die Mongolen können von überall her angreifen. Kein Grund zur Panik. Kommt einfach her. Räuchergefäße. Ein bisschen Schwarzpulver in den Weihrauch. So wird der Rauch schön dicht. Und reicht als Deckung. Norio und Hotschi bringen alle zum Tempel. Ich kümmere mich hier um die Mongolen. Dann geben sie mir die Schuld. Nicht den Dörflern. Mein Herr. Wir haben alle versammelt. Bringt sie zum Tempel. Ich lasse euch nicht allein kämpfen. Wenn die Mongolen zum Tempel kommen, wer beschützt diese Leute? Ich tue, was ihr sagt. Haltet die Naginata bereit. Ich schulde euch ein Kruxake für Hotschis Gesellschaft. Hergehört! Mongolen kommen hierher. Folgt mir zum Tempel. Auf die Mongolen wartet der Zorn eines Samurai. Bitte! Herhören! Tut, was Norio sagt! Wir suchen Unterschlupf im Tempel! Schnell! Alle Mann zum Tempel! Bewegung! Ich brauche eine Stelle am Dorfrand zum Warten. Ich verstecke mich im Kornspeicher. Sie sind hier. Ich muss die Räuchergefäße entzünden. Hoffentlich mögen die Mongolen Rauch. Was ist passiert, Norio? Ich habe gekämpft. Ein Mongole schlich sich von hinten an. Hochi warf sich zwischen mich und seine Waffe. Ihr beide seid tapfer als viele Samurai, die ich kenne. Ich wusste nicht, dass er hinter mir war, bis ich den Schrei hörte. Ehe ich mich umgedreht hatte, war er tot. Ihr tragt keine Schuld. Norio. Immer wenn sie den Deckel der Grube hoben, wurden wir geblendet. Diesmal stank einer von ihnen nach Sake. Ich fühlte Hände, die mich hochzogen, aber mein Bruder stürzte sich auf sie. Er war hungrig, verwundet, aber er kämpfte, er kämpfte so sehr. Norio, ihr müsst das nicht. Doch, ich muss. Sie ließen ab von mir und nahmen Enjo. Sie holten meinen Bruder. Alle Männer, die nach Süden ritten vom Zedern-Tempel. Alle tot. Außer mir. Sie verdienen zu leben, aber ich verdiene den Tod. Ich dachte genau dasselbe nach Komoda. Viele Male. Ich weiß nicht, warum wir überlebten, Norio. Aber wir leben. Und diese Menschen zählen auf uns. Mehr haben sie nicht. Die Menschen von Akashima sind am Leben dank euch. Vergesst das nicht. Denn sie tun es auch nicht. Ich tue euch nichts. Ihr habt die Mongolen gepriesen. Werdet ihr für eure Dienste entlohnt? Wenn wir uns weigern, sterben wir. Doch der Bruder des Wächters wird das ändern. Was wisst ihr über Norio? Er wird uns zum Sieg führen. Ich bringe euch zu ihm. Schnell. Hier lang, mein Herr. Weiß Norio, dass ihr den Mongolen helft? Wir sollten kooperieren, bis der Zedern-Tempel befreit ist. Damit sie nichts ahnen. Das klingt nicht nach Norio. Wirklich? Aber ihr inspiriert ihn doch so. Er erzählt immer, was er alles vom Geist gelernt hat. Was macht ihr da hinten, Dothu? Ich bringe den Geist. Norio ist da. Die meisten von Erschwürden das Hauptgrund. Lenken sie ab. Wir schicken kleine Gruppen in die Flanken. Nutzt die Bäume als Deckung. Fürster Kai. Freunde, lasst mich kurz mit Fürst Sakai sprechen. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Hier lang. Ich habe gehört, ihr wollt den Zedern-Tempel zurückerobern. Wir trainieren hart. Sie sind bereit. Ich erkenne einige Gesichter. Aus Akashima. Meine Gesuche an den Kushi-Tempel wurden nicht erhört. Nach all unserer Hilfe. Wir befreien den Zedern-Tempel ohne sie. Können die Leute den Tempel zurückerobern? Wir schaffen es vielleicht allein. Sie riskieren ihr Leben. Der Zedern-Tempel wäre ein Leuchtfeuer für ganz Tsushima. Jeder, der mit uns angreift, wird damit zu einem Boten der Hoffnung. Wir können die Botschaft nicht allein tragen. Dieser Sieg muss der Ihre sein. Wann reiten wir, Norio? Am Morgen, mein Herr. Wir reiten mit dem Geist zum Zedern-Tempel. Ja! Als ihr Burkhaneda einnahmt, habt ihr das ohne die Samurai getan. Ihr hattet sicher eure Zweifel daran. Samurai denken über den Tod nach. Wir wissen, dass Todesangst nur Angst vor Schmerz oder Unbekanntem ist. Das ist bei unseren Mönchen ähnlich. Besonders bei meinem Bruder. Euer Bruder war ein weiser Mann. Wäre Enjo doch nur hier bei uns. Sein Geist ist es. Ihr habt Unterstützer, Norio. Sie erinnern sich an den Wächter. Und sie wissen, warum wir zum Zedern-Tempel reiten. Sie haben Glück, dass sie euch haben. Wir sollten die Straße verlassen. Hier lang. Der Tempel ist dort vorne, hinter den Zedern. Haben sie Mönche als Geiseln genommen? Nein. Ich sagte ihnen, sie sollen sich fügen. Weniger Risiko, wenn wir angreifen. Das ist schlau. Wir sind bald da. Atmen, Norio. Ohne Luft kann man nicht kämpfen. Woher wusstet ihr das? Ich kenne euch schon gut genug, mein Freund. Norio. Und der Geist. Wir kamen so schnell wir konnten. Gut, dass der Kushi-Tempel uns hilft. Zedern-Tempel, Akashima und Kushi kämpfen Schulter an Schulter. Ihr greift durch das Haupttor an? Ja. Wir lenken die Mongolen ab, während die anderen flankieren. Wo braucht ihr mich? Mein Herr, das ist nur mein Plan. Kämpft ihr, wo es euch gefällt. Mir nach. Allesamt. Bleibt in der Nähe. Fürst Sakai. Der Tempel gehört euch. Beim letzten Besuch waren sie alle. Mein Bruder, Hochi. Der Abt. Noch am Leben. Heute beginnt euer Wiederaufbau. Kommt mit mir in die Haupthalle. Ich muss überprüfen, ob dauerhafter Schaden entstanden ist. Hier lang, mein Herr. Norio. Fürst Sakai. Was ist? Geht nicht in die Haupthalle hinein. Reißt euch zusammen. Was die Mongolen zerstört haben, bauen wir wieder auf. Von außen sieht die Halle gut aus. Nichts beschädigt oder gestohlen. Norio. Enjo? Die Mongolen schworen, dich zu verschonen, wenn ich ihnen alles sage. Ich bin hier, Enjo. Alles ist gut. Ich habe ihnen vom Abt erzählt. Hochi. Kushidera. Und Akashima. Das macht nichts. Nurio. Ich hielt durch, um dich zu sehen. Doch ich kann so nicht leben. Doch, du kannst. Fürst Sakai, lasst ihr uns allein? Ja. Ich bin hier. 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 verbrannt und ihn verstümmelt. Dieser Hachu, ist der unter den Toten? Noch nicht. Norio, euer Bruder war der Wächter. Er starb als Held. Nein, tat er nicht. Ich finde heraus, wo dieser mongolische Feigling ist. Aber dann müsst ihr mir helfen. Das werde ich. Wenn der Schnee nachlässt, beerdigen wir ihn. Ich suche nach Norio. Wo ist er? Er brachte die Asche seines Bruders auf einen Friedhof. In den Hügeln im Süden. Ich suche dort nach ihm. Vielen Dank. Engos Urne. Er war lieber im Freien als in der Pagode des Cedan-Tempels. Der Mongole, den ihr sucht. Hachu, habt ihr ihn schon? Er ist nicht weit weg von hier. Norio, der Cedan-Tempel braucht jetzt eure Führung. Das geht vor. Rache ist nicht die erste Pflicht eines Mönchs. Bevor ich ein Mönch wurde, war ich ein Bruder. Tut das nicht allein. Lasst mich helfen. Wenn ihr es wünscht. Wo finden wir ihn? Vor Choni. Seid ihr sicher, dass er verantwortlich ist? Finde ich ihn, wird er um einen schnellen Tod winzeln. Und niemand wird ihn. Wäre es umgekehrt, würde Enjo meiner Meinung nach keine Rache suchen. Wäre es umgekehrt, wäre ich tot. Der Wächter am Leben. Tsushima wäre besser dran. Geht zurück zum Cedan-Tempel. Lasst mich das übernehmen. Ich lasse mir das nicht ausreden. Ihr sollt nicht werden wie. Wie wer? Ihr? Wie all die anderen, die dieser Krieg geprägt hat. Dafür ist es viel zu spät, mein Herr. Von da unten aus kann man das Vorgut sehen. Bei der Suche nach Hachu habe ich angewandt, was ihr mich lehrtet. Wie sieht er aus? Wie jeder andere, mordende, ehrenlose Mongolenhund. Ihr habt womöglich nur eine Chance. Ich erkenne ihn, wenn ich ihn sehe. Schlag zu, ohne zu zögern, sobald ihr Sicht auf ihn habt. Hunde! Mach, dass ihr da wegkommt! Norio! Bitte! Wir waren bloß hungrig. Verschont uns! Wir verschwinden! Norio, sie fahren keine Gefahr. Mag sein. Jetzt definitiv nicht mehr. Sie hätten es besser wissen sollen. Rückt vor und erreicht das Nirvana. Rückzug führt in die Hölle. Von wem ist das? Ein Gebet, das Enjo in die Naginata gravierte. Nach seiner Rettung des Kushi-Tempels vor Banditen. Als er zum Wächter wurde. Er litt mehr, als wir beide ahnen können. Doch er hielt durch, um euch zu sehen. Wisst ihr, was seine letzten Worte an mich waren? Ich lag falsch. Womit denn? Werde ich nie erfahren. Harchus letzte Worte werden Schreie des Schmerzes. Wir sollten uns ausruhen, Norio. Für morgen. Ihr habt recht, mein Herr. Ich sammle meine Kräfte für Harchus. Norio. Wo ist der? Wer fliegt, Norio? Mein Herr! Hilfe! Bitte! Er ist verrückt! Was ist passiert? Norio. Als ich ihn zuerst sah, dachte ich, meine Gebete wurden erhört. Doch... Geh zum Zedern-Tempel. Ich mach das schon. Ich mach das schon. Ich mach das schon. Finde Zuflucht bei Ameda-Buller. Wer war das? Norio. Er ist verrückt geworden. Du hast nicht den Mut, es zu tun. Brennt! Brennt für eure Untaten! Schlechter! Ihr sagtet eins, ihr würdet nie euer Naginata im Hass schwingen. Ich tat, was der Geist tun würde. Und jetzt ist Harchu tot. Ich gehe nicht wieder zum Zedern-Tempel. Nicht nach all dem hier. Wohin geht ihr? Das ist egal. Er lebte noch, als ich das Holz ansteckte. Als er schrie, erfüllte es mich mit Freude. Und ich würde es wieder tun. Ich bin nicht länger Mönch. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir alle bereuen etwas und haben Versprechen gebrochen. Aber diese Insel braucht euch. Den letzten Mönch des Zedern-Tempels. Ich kann nicht sein, wer ich einst war. Vor all dem hier. Das müsst ihr auch nicht mehr werden. Ihr sollt einfach nur nicht aufgeben. Blick nach vorne. Danke, Jin. Wir sehen uns beim Zedern-Tempel. Juna. Juna. Du bist weit weg von Yoga-Kuh. Ich konnte nicht fernbleiben. Ich konnte nicht fernbleiben. Wer hat das getan? Ein mongolischer Kriegsherr, Altan. Ich hörte schon Geschichten aus Ozuna. Er terrorisiert seine Umwelt, raubt Essen, Medikamente, löscht Familien aus. Und wenn sich jemand wehrt oder weglaufen will, wird er erlegt. Wie ein Tier. Einer alten Freundin gehört das Gasthaus da unten. Ich kann sie nicht hier lassen. Wir finden sie. Und werden den Kriegsherrn töten. Das Gasthaus ist hier lang. Wer ist deine Freundin? Sie heißt Ichi. Ich kenne sie seit meiner Kindheit. Sie lehrte mich, wie ich überleben kann. Hast du sie seit der Invasion gesehen? Nein. Schon seit Jahren nicht mehr. Beobachten wir das Gasthaus. Von hier drüben haben wir gute Sicht. Dieser Mann könnte uns sagen, was uns drinnen erwartet. Sprechen wir mit ihm, bevor sie zurückkommen. Ein Samurai? Was wollt ihr? Wir wollen helfen. Ihr solltet nicht hier sein, wenn die mich sehen. Wir suchen Ichi. Ihr gehört doch das Gasthaus. Habt ihr sie gesehen? Wachen! Hilfe! Es gibt Ärger! Ich bereite. Yuna! Ichi, du lebst. Warum seid ihr hier? Wir wollten dich retten. Du hast mich getötet, Yuna. Ich machte die Invasoren betrunken und lenkte sie ab. Doch wenn man Altan berichtet, was ihr getan habt... Du hast mit den Mongolen gearbeitet. Um zu überleben. Du hättest kämpfen sollen. Und du hättest fliehen sollen, wie du es immer tust. Sie riskierte ihr Leben, um euch zu retten. Tut euch einen Gefallen, Herr. Haltet euch von ihr fern. Ichi, wir beschützen euch vor Altan. Sagt mir nur, wo ich ihn finde. Niemand weiß, wo er ist. Auch seine Männer nicht. Aber wenn ihr seine Aufmerksamkeit wollt... Sagt's mir. ...findet seine wertvollsten Verbündeten. Der japanischen Sklavenmeister. Statuiert ein Exempel an ihnen. Dann findet Altan euch. Wer sind die Sklavenhändler? Fragt Yuna. Sie wird sich erinnern. Ich weiß nicht, was zwischen euch vorgefallen ist. Aber sie will nur helfen. Yuna hatte ihre Chance. Was hat sie gesagt? Nicht genug. Wenn wir Altan aus dem Versteck locken wollen, müssen wir ihn provozieren. Der Geist schafft das. Wo fangen wir an? Bei Altans engsten Verbündeten. Japanische Sklavenhändler. Die Mamushi-Brüder. Ichi sagte, du kennst sie. Das dachte ich mir. Die drei Mistkerle haben einen Hof beim Fluss. Triff mich dort, wenn du bereit bist. Wir tun das gemeinsam. Das werde ich. Danke, Jin. Da bist du ja. Sieht wie eine Festung aus. Die Mamushi-Brüder möchten nicht, dass jemand sieht, was hinter diesen Mauern passiert. Sie führen ein Sklavenlager. Du warst dort drin. Außer Taka und mir ist noch nie jemand entkommen. Wann warst du hier gefangen? Vor einer Ewigkeit. Taka und ich waren noch Kinder. Kannst du dich noch daran erinnern? An jede Sekunde. Kichisos Schläge. Manzos stinkender Atem. Und Tatsuis schmierige kleine Hände. Wir töten die Brüder und schicken ihrem Anführer eine Botschaft, damit Altan reagieren muss. Die Mamushi-Brüder waren schon immer grausam, aber nie auf solche Weise. Altan bringt das Beste wünschen Erfroren. Jin. Ich... Ich kann das nicht. Aber ich... Kann da nicht wieder rein. Das musst du auch nicht. Bleib hier. Ich überbringe deine Rache. Lass sie leiden, Jin. Für Taka. Für jede unserer Narben. Für jeden Kopf. Eines Arbeiters, der einfach nur um mehr Wasser bat. Lass sie für mich leiden. Ich vergelte ihre Grausamkeit. Und töte sie. Das wird nicht reichen. Nicht nachdem Altan sie hierzu brachte. Ich töte sie im Schlaf. Ohne dass man mich sieht. Altan soll wissen, dass niemand dem Geist entkommen kann. Die Mongolen werden eine Woche nicht schlafen. Tue es. Jin. Wenn wir hier scheitern. Lass dich nicht lebend fangen. Hast du's geschafft? Die nehmen keine Sklaven mehr. Haben sie gelitten? Nicht so sehr, wie sie es verdient haben. Aber ganz so zu nah wird von ihrem Schicksal wissen. All die Gräueltaten, die sie begangen haben. Jahrelang. Ich wusste es. Aber ich tat nichts dagegen. Du kannst jetzt etwas tun. Schicken wir Altan eine Nachricht. Verfasst in Blut. Bedeckt mit Pflegen. Locken wir die Mongolen raus und checken unsere Botschaft. Ich will zusehen. Wir verstecken uns im hohen Gras. Ich werde sie rauslocken. Sieh sie dir an. Laufen weg wie feige Hunde. Davon wird Altan erfahren. Aber das reicht nicht. Alle Sklaven auf diesem Hof kamen von einem Mann. Dem schwarzen Wolf. Dann jagen wir ihn und begraben den nächsten von Altans Freunden. Ich suche den schwarzen Wolf an der Küste. Bei seinen alten Jagdfründen. Such mich dort auf. Ich suche den schwarzen Wolf. Ich suche den schwarzen Wolf. Ich suche den schwarzen Wolf. Was ist das? Eine Puppe voller Blut. Der schwarze Wolf versklavt Kinder. Ja. Und verkauft sie dann an die Mamushi-Brüder. Wo ist er? Sein Lager liegt an diesem Weg. Doch es wimmelt vor Mongolenwache. Dann sterben sie mit ihm. Ich muss den schwarzen Wolf töten. Ich hatte die Chance. Vor langer Zeit. Doch ich... konnte nicht. Ich kann dir helfen. Wir greifen frontal an. So weiß er, dass wir kommen. Er soll sich hilflos fühlen. Wie gelähmt. Das wird er. Und wenn wir fertig sind, fühlt auch Altern sich so. Hier lang. Ein Mongole. Wenn er uns sieht, warnt er den Rest. Überlass das mir. Das Lager des schwarzen Wolfs ist hinter den Bäumen an der Küste. Dann los. Du kennst diesen Ort gut? Taka und ich kamen aus Yarikawa hierher. Ich dachte, hier finden die Zuflucht. Ich lag falsch. Ich sehe den schwarzen Wolf nicht. Der Feigling ist bestimmt geflohen. Er darf nicht entkommen. Halt! Das Mongolen-Schiff dort. Da könnte er sein. Was immer ich auch getan haben soll, Altan zwang mich. Ihr versklavt Kinder. Nein! Und das schon seit 20 Jahren. Ihr nahmt mich und Taka gefangen. Verkauftet uns den Mamushi-Sklavenhof. Taka. Er war mein Liebling. Doch soweit ich mich erinnere, brachtet ihr ihn zu mir. Ich wusste es nicht. Juna, er gehört dir. Geht es dir gut? Verlassen wir dieses Boot. Verbrennen es. Altan wird es sehen und wissen, dass wir kommen. Er wird handeln müssen. Jim. Was der schwarze Wolf sagte, war die Wahrheit. Was heißt das? Ich traf ihn damals in Otsuna. Er bot mir Essen und eine Unterkunft. Ich fragte, ob Taka auch kommen könne. Er machte uns betrunken. Und dann? Taka weiß es nicht mehr. Aber ich. Ich war erstarrt. Ich hätte ihn töten können. Taka retten. Doch ich hatte zu viel Angst. Nicht deine Schuld. Dank dir. Wird er keinem Kind mehr wehtun. Ich brauche etwas Zeit. Ich gehe ins Gasthaus. Wir sehen uns dort. Was ist? Altan weiß Bescheid. Das war seine Antwort. Er will ein Treffen in einem Lager an der Grenze zu Kushi. Das wird er büßen. Wir ziehen ihn zur Rechenschaft. Ihr habt nichts als Tod gebracht. Rache zu üben ist unsere Pflicht. Wir werden Altan dafür bluten lassen. Das ist die Pflicht eines Samurai. Yuna ist bloß eine Diebin. Und Diebe haben keine Ehre. Wir machen es wieder gut. Ich schwöre. Deine Versprechen sind genau wie du. Wertlos. Auf zu den Pferden. Auf zu den Pferden. Auf zu den Pferden. Du weißt, dass wir in eine Falle reiten. Ich weiß. Aber das schuldig, Ichi. Wir müssen uns auf Altern konzentrieren. Was immer zwischen euch passiert ist, darf nicht im Weg stehen. Du verstehst das nicht. Ichi war Sklavin auf dem Mamushi gehöft. Dort lernten wir uns kennen. Sie hat sich um mich und Taka gekümmert. Uns vor dem Schlimmsten beschützt. Dank ihr konnten wir entkommen. Das war ihre Entscheidung. Du schuldest ihr nichts. Das ist nicht alles. Wir schworen uns, gemeinsam zu fliehen. Gerade rannten wir noch alle. Und dann schrie Ichi plötzlich auf. Und ich rannte weiter. Ich habe sie im Stich gelassen. Ich schulde ihr mein Leben. Warum hast du ihr nicht geholfen? Taka und ich waren Kinder. Ich wusste, sie würden uns töten. Manche Kinder kämpfen gegen Monster. Und siegen. Es vergeht kein Tag, an dem ich meine Entscheidung nicht bereue. Das ist Vergangenheit. Du musst deine Schuld loslassen. Sie ist im Weg, wenn wir uns Altern stellen. Mir wird gar nichts im Weg stehen. Da ist es. Sei vorsichtig. Wir wissen nicht, wie viele Männer Altern dabei hat. Oder wo sich der Bastard versteckt. Das ist er. Altan. Mit noch mehr räudigen Hunden. Altan. Empfangt das Urteil für eure Taten. Ihr wollt mich verurteilen? Ihr habt eure eigenen Leute ermordet. Die Mamushi-Brüder und der Schwarze Wolf waren Verräter. Ist das eure Ausrede? Euer Vorwand zum mordenden Geist zu werden? Kein Wunder, dass dieser Ryuzo sich gegen euch wandte. Genug. Beenden wir das hier. Ich becus devastating, wenn ihr immer nur noch ein B trail3-ереhen bezieht. Kannst du ihn aufhören? ną? jekken? Arzt doch dann! Ihr tut... Ihr tut, was nötig ist, um zu überleben. Ich würde im Dienste des großen Friedens. Ihr tötet nur für euch selbst. Keine Lügen mehr, Altan. Ich weiß, was ihr seid. Altan ist tot. Doch unser Volk weiß, was ihr den anderen antatet. Jetzt fürchten sie, der Geist kommt auch zu ihnen. Gute Menschen haben nichts zu befürchten. Was glaubst du, Ichi? Sind wir Monster? Ich glaube, ihr habt getan, was nötig war. Leb wohl, Yuna. Nimm dir Ichis Worte nicht zu Herzen. Ich will nicht, dass unser Volk mich fürchtet. Du kannst nicht erwarten, dass jeder versteht, was du tust. Oder wieso. Nein. Aber habe ich die Grenze überschritten? Falls ja, stehen wir auf der richtigen Seite. Ich will nicht, wie ich es hat. Danke für eure Hilfe. Was macht ihr hier, Masako? Ich suche meine Familie. Meinen Mann habe ich bereits gefunden, doch meine Söhne noch nicht. Sie starben als Krieger, unser Land verteidigend. Habt ihr gesehen, wo sie fiel? Nein. Die Schlacht war ein Chaos. Ich behielt kaum meinen Onkel im Blick. Ich helfe euch suchen. Kommt. Ich muss noch diesen Teil des Strandes absuchen. Seht. Dort drüben. Einer eurer Soldaten. Ja. Aber allein. Ob er wohl desertiert ist? Als euer Gemahl fiel, zog euer Clan los, um seinen Fürsten zu rächen. Niemand floh. Schön zu hören, dass sie bis zum Ende loyal waren. Seht, ob ihr noch mehr unserer Banner findet. Masako. Hier drüben. Ein Adachi-Banner. Er ist den Strand entlang geritten. Dann gehen wir weiter in diese Richtung. Ein Kikuchi-Banner. Ein Zonsacher-Banner. Ein Pferd. Ich starb beinahe mit ihm. Was ist passiert? Mein Onkel rettete mich. Wir werden den Gefallenen wieder. Ihr habt es durchgestanden. Das zählt. Wer ist das? Das ist Masanori. Er war zu jung für die Schlacht. Aber sein Vater zu alt. Also ging er für ihn. Nicht nur ein tapferer Soldat. Auch ein guter Sohn. Ja. Aber wo sind die meinen? Ein Nagao-Krieger. Die Nagao-Schützen töteten viele Mongolen. Ihr Geschick war unerreicht. Wäre Sensei Shikawa bloß bei ihnen gewesen. Das Banner eures Onkels. Als ich in der Schlacht diese Farben an einem Gefallenen sah, fürchtete ich, es sei mein Onkel. Nur Narren fürchten den Tod nicht. Durch die Felsen nach oben. Unsere Banner. O Chikage. Ein enger Freund meiner Söhne. Er wäre an ihrer Seite geblieben. Sie müssen ganz nah sein. Sie lassen ihre Toten verwesen. Die weggeworfenen Müll. Nein. Shigesato. Yasunari. Wie Tiere aufgeknüpft. Holen wir sie runter. Sie sollten bei unserer Familie sein. Begraben neben ihren Frauen und Kindern. Der Weg nach Ariake ist nicht sicher. Können wir sie nicht irgendwo in der Nähe bestatten? An einem Ort, der ihr Opfer ehrt? Der Leuchtturm. Als Kinder haben sie da gespielt. Doch jetzt sind dort Mongolen. Erobern wir ihn zurück. Der Leuchtturm ist dort entlang. Sie stiegen so gern auf diesen Turm. Wenn sie abends nicht nach Hause kamen, fand ich sie immer dort, wo sie den Sternenhimmel bewunderten. Ihr wart eine gute Mutter. Das dachte ich auch immer. Aber meine Kinder sind tot. Und ich lebe. Das ist das Schlimmste zu sagen. So dachte ich, als meine Mutter starb. Dass ich versagt habe. Aber ihr wart so jung. Und sie war krank. Es gab nichts, was ihr hättet tun können. Auch wenn das stimmt, ist es nur ein schwacher Trost. Ich weiß. Da sind sie! Die verdammte Mongolen! Es ist an der Zeit. Holen wir meine Söhne. Ich habe sie nie hier übernachten lassen. Selbst als sie älter waren. Ich rief sie immer nach Hause. Das hat mir nach Mutters Tod am meisten gefehlt. Ihre Stimme, die mich rief. Tröstet euch damit, dass ihr nun Frieden habt. Wie sie alle. Fürst Sakai! Kinji, was macht ihr denn hier? Etwas ist ziemlich schief gelaufen, mein Herr. Was habt ihr getan? Nichts! Die Mongolen haben all unser Essen genommen. Reis, Hirse, Fisch. Alles, was sie bekommen konnten. Wir verhungern. Ihr sagt wir. Das ist nicht euer Hof. Ich habe über das nachgedacht, was ihr sagtet. Und ich versuche, den Bauern hier zu helfen. Wo ist das Mongolenlager? Wer weiß, sie kommen nur alle paar Tage, nehmen das Essen und gehen wieder. Ich könnte sie überfallen. Sie haben Geiseln. Und so einfach ist es nicht. Wenn wir keine Nahrung produzieren... Es gibt sicher einen Weg, sie zu finden. Gibt es. Wird euch nicht gefallen. Das werde ich selbst entscheiden. Beendet die... Kommt, ich zeige es euch. Wir müssen das Essen bündeln und an den Strand legen. Das ist alles von diesem Hof? Vom Hof, aus verlassenen Häusern. Geangelt und gejagt. Nur um die Bäuche der Feinde zu füllen. Wie seid ihr denn überhaupt hier gelandet? Als die Mongolen erfuhren, dass ich zu euch gehöre, wurde es gefährlich. Ich dachte, ein abgelegener Hof sei sicherer. Essen und Trinken für die Mongolen. Aber dieses Sakefass ist leer. Ihr wollt die Mongolen noch mehr verärgern? Nicht ganz. Das Fass ist groß genug. Genug für einen bewaffneten, heroischen Samurai. Wisst ihr, was besser passen würde? Ein wappliger, wendiger Sakehändler. Die Mongolen werden das Fass mitten in ihr Lager tragen. Wer könnte dort mehr ausrichten? Ich oder ihr? Warum lasse ich ständig zu, dass ihr mich in Dingen versteckt? Weil es funktioniert. Hier drin riecht es nach eurem Atem, Kenji. Das Fass hat sich nicht alleine geleert. Es geht los, mein Herr. Da kommen die. Und wie geht es da? Ja, ja. Gehört alles euch. Nehmt nur. Nehmt nur. Marcel Moriga. Nein, nein, nein. Das ist Miko. Miko ist mein Pferd. Meins. Na da, Matat. Mordirnich, Husson. Au. Das dürfte nicht. Miko. Nein. Kenjis Plan hat funktioniert. Nehgium, Hasinta. Rrrrrr. 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 Rrrr. Rrrr. Ich glaube es nicht. Wir sind gerettet. Bringt diese Nahrung zu eurem Hof. Und Kenji die gute Nachricht. Kenji? Warum sollte ich ihm was anderes geben als ne Tracht Prügel? Was meint ihr? Diesem Narren haben wir das hier zu verdanken. Er wollte ein Geschäft mit den Mongolen. Oh, Fürst Sakai. Das war unglaublich. Kenji. Sake saufendes Stück Affendung. Ich kümmere mich darum. Rechtfertigt euch. Ich verkaufte den Mongolen Nahrung, aber gab ihnen stattdessen Stroh und Holzspäne. Für den Profit? Damit die Bauern Nahrung haben. Dachtet ihr, die Mongolen merken das nicht? Nicht so schnell. Plötzlich gab es Bestrafungen und Geiseln und es hieß, gib uns Nahrung oder wir töten dich. Ich hätte euch nicht ermuntern sollen, euch nützlich zu machen. Was? Nein, nein! Ihr hattet recht, Fürst Sakai. Ich kann Gutes tun. Ich... Ich brauche nur Übung. Aber übt nicht, wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen. Ja, mein Herr. Ihr habt Glück, dass der Samurai euch verschont hat. Tut mir leid, Taro. Ich wollte nur helfen. Ihr wollt Hilfe? Erstickt an einem Reißball. Ich merke, dass ihr gerade nicht darüber sprechen wollt. Bis bald, Taro. Zündet euch an und umarmt deine Mongolenbombe. Es ist schön, hier ein wenig Hilfe zu haben. Was ist mit den anderen? Sie sind bereit, dir zu folgen. Der Sensei sagte ihnen, du wärst der Einzige auf Tsushima, der den Kahn töten kann. Ich kann das nicht allein oder ohne Angriffsplan. Er ist im Izumi-Hafen, umgeben von einer Armee. Wir müssen die Schwächen der Verteidigung kennen, wie wir sie umgehen und wo wir den Kahn finden. Dazu bräuchten wir die Vogelperspektive. Ich weiß auch schon von wo. Wir haben den Schutz der Nacht, wenn wir jetzt gehen. Der Izumi-Hafen. Vom Leuchtturm ist die Aussicht besser. Man muss nur hinaufkommen. Ohne gesehen zu werden. Los geht's. Warum sollte der Kahn hier raufkommen? Er will zum Festland segeln. Und ist überfallen, so wie hier. Wenn wir ihn aufhalten wollen, dann jetzt. Diese Blumen. Wie die, aus denen ich mein Gift herstelle. Die Mongolen haben sie hier gepflückt. Als Waffe gegen uns. Tauchen wir bei der Burg deines Onkels das Richtige? Ich wollte den Kahn unbedingt aufhalten. Du konntest nicht wissen, dass er von dir lernt. Es war dennoch riskant. Jetzt leidet unser Volk vielleicht noch mehr. Du hast recht. Wir müssen ihn töten. Und zwar bald. Vorne kommen wir nicht rein. Aber wir könnten über die Klippe klettern. Und hinten durchschleichen. Geh voran. Was ist in all den Fässern? Vorräte? Blumen. Gift. Ein Fass kann leicht hunderte töten. Der Kahn wird sie gegen das Festland einsetzen. Er darf Tsushima nicht verlassen. Vom Leuchtturm können wir den Izumi-Hafen ausspähen. Direkt hinter dir. Sehe dir die Wellen an. Ganz schlach. So sehen sie vor allem stumm aus. Der könnte von Vorteil sein. Ich lasse den Leuchtturm vorerst dunkel. So hilft er den Mongolen nicht, wenn der Sturm losgeht. Kannst ihn wieder anzünden, wenn sie weg sind. Schauen wir uns den Hafen an. Hier drüben. Überlegen wir uns einen Angriffsplan. Dieser Grat bietet freie Sicht auf die mongolische Flotte. Was wir mit eigenen Hawachas mit ihren Schiffen machen könnten. Kein einziger Mongole in dem Gebiet. Zu offen. Nicht zu verteidigen. Aber sehr gut für einen Hinterhalt. Wir könnten Schützen dort platzieren. Dann müssten die Mongolen bergauf kämpfen? Khotun würde uns mit Reitern in die Zange nehmen. Siehst du, wie die Vögel kreisen? Als hätten sie Angst, dass da etwas kommt. Der Sturm. Sie sammeln sich, um Schutz zu suchen. Das Haus des Hafenmeisters. Bestimmt hat der Kahn sich dort eingerichtet. In der Nähe der Kais und seiner Flotte. Er gibt Sinn. Der Kahn ist bereit für die Überfahrt zum Festland. Mit Schiffen voller Männer, Sprengstoff und meinem Gift. Halten wir ihn hier nicht auf. Wird das Shogunat fallen. Der Sturm könnte uns zum Sieg verhelfen. Wenn er einsetzt, muss der Kahn seine Flotte in die Bucht bringen. Dann schlagen wir zu. Zerstören seine Schiffe. Und alles an Bord. Dazu brauchen wir mongolische Waffen. Ganz leicht für eine Meisterdiebin. Wir brauchen auch Kämpfer. Ein paar lenken die Mongolen ab. Ich dringe in den Izumi-Hafen ein. Und töte den Kahn. Könnte klappen. Wir sollten uns in Yogaku vorbereiten. Ich hab gute Neuigkeiten. Wie sehen die Pläne aus? Kenji weiß, wo wir von den mongolen Watchers stehlen können. Ich breche gleich auf. Ein guter Anfang. Aber wir brauchen mehr Kämpfer. Nein. Mein Onkel will genau wie wir den Kahn tot sehen. Er wird sich anschließen. Er wird dich einsperren. Ich schreibe ihm eine Nachricht. Und lege sie in sein Quartier. In einer Burg voller Samurai. Ich bin weg, bevor sie mich bemerken. So. Hoffentlich fließt mein Onkel es. Ich lasse dich nicht gehen ohne gutes Pferd. Ich kann es nicht zurückholen. Aber gib einem von diesen eine Chance. Ich werde dafür sorgen, dass ihr stark und sicher seid. Ganz ruhig. Alles gut. Ich bin ein Freund. Wie soll das Pferd heißen? Kasi, schnell wie der Wind. Gute Wahl. Wie gelangst du in die Burg deines Onkels? Ich wuchs dort auf. Ich kenne jeden Geheimgang dieser alten Gemäuer. Selbst damals konnte Fürst Shimura nicht mit mir mithalten. Ich bin ein Freund. Ich wollte einen Aal für's Abendessen fangen. Und wolltet ihr ihn mit bloßen Händen fangen? Ryuzo sagte, ihr verstoßt mich, sobald ihr einen eigenen Sohn habt. Jinn, kommt her. Euer Freund irrt sich. Der Weg kann ein Leben lang dauern. Doch ich gehe ihn mit euch. Immer. Bald. Ich gehe ihn mit euch. Ich lasse. Ich gehe ihn mit euch. 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 Und den department Grücan, ich überλεbe dich. Die Klippenwand beobachten Sie nicht. Kälter als letztes Mal. Seid vorsichtig, Geist. Die Samurai suchen nach Euch. Kälter als nächstes Mal. Kälter als nächstes Mal. Und nehmen Blut auf den Mund vom Gift. Deshalb durchsuchen Sie unseren Wagen. Wer weiß, was wir geladen haben. Ich würde Fürst Shimura nie etwas antun. Ich auch nicht. Aber so ist es jetzt eben. Das sind die Zwingungen der Mitkulizei. Das kommt die Xperren-Kuchen noch nicht an. Was ist das? Die Zwingungen sind nicht an. Wir sind nicht an. Es werden müssen. Die Zwingungen waren sie nicht an. Ich muss in den Burgfried hinein, meine Nachricht in sein Quartier bringen. Oh, man. Oh, man. In den nächsten Tagen, Was? Onkel, er darf mich nicht sehen. Wir hätten diese Rede gemeinsam halten sollen. Verdammt, Jim. Die Monkohen haben viel zu verarbeiten. Wir dürfen diese Bedrohung, das Reich des Shoguns, niemals erreichen lassen. Der Kerl setzt nun, dass er dir an die Lüstergeilung sein darf, und darf vor dem nicht mehr genannt werden. Er geht nur, Herr. Der Kerl hat die Lüstergeilung. Der Kerl hat die Höhle auf dieser Winzer entfesselt. Er entkommt uns nicht wieder. Haltet das Lager an und meldet alles ungewöhnliche an. Natürlich, Fürstschmuch. Ich übernehme die erste Wache. Sein Quartier ist ganz oben. Jetzt kann ich hinaufschleichen. Die Mongolen wurden beim Granitpass und beim Yogacool-Tempel besiegt. Wir glauben, dass Fürster... der Geist hinter beiden steckt. Was wünscht ihr zu tun? Um den Geist kümmern wir uns, wenn wir die Mongolen besiegt haben. Der Befehl des Shogun war eindeutig. Ich kenne seine Befehle. Die Mongolen und ihr Anführer bleiben oberster Priorität. Natürlich, Fürst Shimura. Wissen wir, wo der Khan ist? Unsere Speer im Norden kehrten nie zurück, wurden wohl gefasst oder getötet. Zeigt mir, wo sie gesucht haben. Wir folgen ihren Spuren und sehen, wo sie hinführen. Was war das? Mein altes Zimmer. Ob ich hier wohl je wieder willkommen bin? Was war das? Was war das? Was war das? Oder wurde es. maybe was wohnen. Was war das schmutz. Ich stelle mich nicht. Ich schwanzig bin. Wo? Herr Bundesklapp. Ich stelle mich. Ich stelle mich. In der Zeit. Er muss meine Nachricht gut sehen können. Er ist hier! Wachen! Onkel, vergeb mir, dass ich nicht persönlich kam. Die Flotte des Khans liegt in der Nähe von Izumi. Seine Schiffe sind voller Gift, das die Armee des Shogun vernichten würde. Doch wenn der nächste Sturm kommt, werde ich den Khan töten und seine Flotte versenken. Schließt euch mir an. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wenn nicht als Vater und Sohn, dann als Krieger die verschiedene Wege gingen. Was auch immer ihr von mir haltet, ich werde immer eure Familie sein. Wo warst du so lange? Wo warst du so lange? Wir waren besorgt. Ich dachte, sie hätten dich. Meine Nachricht zuzustellen war schwer. Kennt dein Onkel sie? Wird er mit uns den Khan besiegen? Hoffentlich. Aber wir können nicht abwarten. Der Wind wird stärker. Der Sturm wird morgen hier sein. Hast du die Belagerungswaffen? Genug für durchschlagenden Erfolg. Wir haben auch einige Deserteure aus der Armee deines Onkels, die dem Geist folgen wollen. Wir warten. Sag den anderen, wir greifen früher. Ich richte es aus. Du solltest nach ihnen sehen. Sie wollen ihren Anführer hören. Fürst Sakai. Die Krieger von Yarikawa sind hier, um dem Geist zu folgen. Danke. Danke, Coco. Wir besiegen den Khan gemeinsam. Jeden Tag, den wir standhalten, hat das Festland gewonnen. Reden bringt gar nichts. Fürst Sakai. Gut, dass der Zedan-Tempel an unserer Seite ist. Solche Ehre würde ich nie für mich beanspruchen. Ich weiß. Deshalb verdient ihr es auch, mein Freund. Morgen rächen wir euren Bruder und die Kriegsmönche eures Tempels. Ich will nur unser Zuhause zurück. Alles gut. Wir danken euch. Masako, ihr seid tatsächlich da. Ich sagte, ich komme, wenn ihr mich braucht. Aber der Khan muss sterben. Er ermordete meinen Gemahl und seine Männer töteten meine Söhne. Ich bringe ihnen ihre gerechte Strafe. Dabei unterstütze ich euch. Ruht euch aus. Morgen wird ein langer Tag. Oder ein sehr kurzer. Wir sind schon weit gekommen, seit du mich aus Komoda herausgeschafft hast. Du warst so schwer, ich konnte dich kaum schleppen. Ich musste dich halb ausziehen, um vorwärts zu kommen. Ohne dich wäre ich nicht hier. Äh, Yuna. Ich kann dich nicht verlieren. Wir haben so viel durchgemacht. So viele Menschen verloren. Ich kann es nicht. Ich muss den Khan aufhalten. Musst du nicht. Wir können mit einem Boot weit weg segeln, während dein Onkel seinen Samurai-Krieg kämpft. Willst du das wirklich? Nein. Wenn ich falle, versprich mir, weiter zu kämpfen. Du bist ein Mistkerl, Jin Sakai. Hol dich etwas aus. Noch nicht. Bleiben wir hier. Noch etwas sitzen. Ich hab ihn nicht. Ich hab ihn nicht. Ich hab dich nicht. Ich hab ihn nicht. Alleine. Wir können uns übernehmen. Ich hab ihn nicht. Ich hab ihn nicht. Ich hab ihn nicht. Du bist ein Mist. Es ist soweit. Wir müssen den Kahn vor seinem Angriff aufs Festland erledigen. Kenji, wie steht's um unsere Belagerungswaffen? Bereit, die Mongolenflotte unter Beschuss zu nehmen. Gut. Yuna gibt das Angriffssignal. Sobald das Feuer beginnt, stürmen die Mongolen eure Position und laufen direkt in unseren Hinterhalt. Der Sprengstoff ist platziert. Schützen sind auf den Dächern. Wir sind bei euch, Sakai. Danke. Euch allen. Geht. Jin, keine Spur von deinem Onkel. Der Sturm wartet nicht. Und wir auch nicht. Macht euch bereit für den Signalfall. Jetzt! Die Mongolen kommen. Wir mähen jeden nieder, der durchkommt. Mehr Mongolen da oben. Auf, ich muss dann setzen sie uns fest. Drängt sie zurück. Hilfen sie alle! Unser Plan ging auf. Die Mongolen formieren sich neu. Wir werden ihnen keine Chance lassen. Norio führt unsere restlichen Truppen den Berg hinauf. Wir stoßen zu ihm und starten den Angriff. Ihr habt es geschafft. Das Ende steht bevor. Heute wird der Kahn sterben. Fürst Shimura ist nicht hier. Wir kämpfen allein. Wir starten einen Angriff auf das Haupttor. Lenken die Mongolen ab, während du hineinschleichst. Sie werden euch überrennen. Wir sind weit gekommen. Wir werden jetzt nicht umkehren. Ihr seid die tapfersten Krieger, die ich je kannte. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Überlasst uns den Kampf. Worauf warten wir? Keine Gnade für die Mongolen. Kämpft! Wir kämpfen für den Shakai. Für den Galt! Khutun Khan. Ich muss nur zu dem Herrenhaus. Ich muss nur zu dem Herrenhaus. Wir kämpfen einen Schaus zombies. Grazie. Es tut mir los. Aール Fasker. A bu 밑ern. Es tut mir los. 아마 hierher aus. Bei Jab turbo ist ein Ein Armen. L grate Kass zijn. utility mit der dog Sauce All dieser Tod, weil ihr und euer Onkel euch nicht ergeben wolltet. Ich bot euch Frieden und ihr wettet Krieg. Jetzt wird euer Volk auf dem Festland leiden. Ihr werdet diese Insel nie verlassen. Ich werde die Bewohner von Tsushima rächen. Rache, der kleinliche Wunsch eines Kindes. Wir werden Tsushima nie verlassen. Ich werde die Bewohner von Tülin. Ihrzrat, schwach! So high? Bullnatsch! Ich bin hier. Ne? Ja! Das ist doch hier! Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Geh! Mach zu! Kletet den Geist! Tötet ihn. Und ein anderer wird nachkommen. An uns wird man sich erinnern. Auf ewig! Nein. Ihr werdet vergessen. Ja. Ich. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Fischimura ist nicht hier. Ich warte am Dock auf ihn. Fischimura ist nicht hier. Jin. Onkel. Ich war nicht sicher, ob ihr kommt. Ich wollte mit euch reden. Arbeiten wir zusammen, können wir die übrigen Mongolen vertreiben. Unsere Heimat wieder aufbauen. Das ist nicht eure Sache. Der Shogun hat den Sakai-Clan aufgelöst. Von heute an seid ihr nicht länger Samurai. Ich habe alles geopfert für mein Volk. Und ich würde es wieder tun. Neue Samurai kommen als Ersatz für die Verlorenen. Sie übernehmen Land und Anwesen. Ich muss meinem Heimlebe wohl sagen. Reitet mit mir. Die Verlorenen. Die Verlorenen. Die Verlorenen. Bleibt ihr der Jito von Tsushima? Ja, der Shogun bat mich, seine Krieger auf die Mongolen vorzubereiten. Gut. Sie geben erst auf, wenn sie ganz Japan erobert haben. In den Jahren, die mir noch bleiben, werde ich das zu verhindern suchen. Ich hatte gehofft, wir könnten das gemeinsam tun, als Vater und Sohn. Ihr könnt wieder heiraten, eine neue Familie gründen. Ja, das ist wohl wahr. Sieht aus, als brauchte er Hilfe. Ihr da, lasst uns helfen. Macht euch keine Umstände, meine Herren. Unsinn. Das schafft ihr nicht allein. Ihr seid viel zu gütig. Der Schlamm ist dicker, als man meint. Der Wagen ist schwer beladen. Wo wollt ihr hin? Yogaku. Die Armee des Geistes ist dort oben. Er hat eine Armee? Nicht gehört? Sie segeln mit einem Sturm im Rücken Richtung Mongolensteppe. Dort brennen sie alles nieder. Äußerst beeindruckend. Mehr kann ich ihnen nicht bieten. Ich hoffe, das hilft. Dann lasst euch nicht aufhalten. Danke, meine Herren. Yogaku ist weit von hier. Haltet euch vom Morast fern. Und den Mongolen. Werde ich. Ich weiß nicht, wovon er da redet. Nicht hier. Folgt mir. Ich habe keine Armee. Jeden Tag schließen sich Wehrmenschen eurer Sache an. Der Shogun ist besorgt. Ich bin besorgt. Ihr habt nichts zu befürchten. Wenn die neuen Clans ankommen, wird das Volk ihren Samurai folgen oder sie im Namen des Geistes betrügen. Das lasse ich nicht zu. Sie hören auf mich. Habt euch mir widersetzt, Jin, mein vertrauenswürdigster Krieger. Ihr habt unser Volk gelehrt, seinen Anführer zu trotzen. Weshalb glaubt ihr, eure Anhänger würden euch gehorchen? Genug geritten. Kommt mit mir, Jin. Wie ihr wünscht. Der Friedhof meiner Familie. Die Ruhestätte von sieben Generationen von Sakai. Darunter eure Mutter. Und mein Vater. Wir müssen ihnen Ehre erweisen. Woher Töne. Was über die, in der Wettbewerhe. Woher Töne. Ich bin die Ruhestätin. Ich bin die Ruhestätin. Ich bin. Ich bin die Ruhestin. Und habe sie nicht spürt. Das wird mir fehlen. Mir auch. Der Shogun hat euch zum Verräter erklärt. Er befahl euch, mich zu töten. Der Geist ist gesetzlos. Er lehrte das Volk, den Anführern zu trotzen. Sich zu Wehr zu setzen. Mit Gift etwa? Ein Geschenk, das ihr dem Feind gab. Ich musste verhindern, dass unsere Leute sinnlos sterben. Ihr habt keine Ehre. Und ihr seid ihr Sklave. Ihr wart mein Sohn. Jetzt muss ich die Shimura-Linie ohne euch fortführen. Eine neue Familie gründen. Und mein Kopf ist der Preis. Ihm zu nehmen, ist meine Strafe. Unser letzter gemeinsamer Tag. Wunderschön. Es ist Zeit. Schreibt die letzten Worte des Sakai-Clans. Und des Shimura-Clans. Und des Shimura-Clans. Ich grill-Clans. ...sakujon... ...heu... Kraft in jedem Schritt. Schicksal trennt unsere Seelen. Hier trennen wir uns. Eure Eltern sind immer bei euch. Ja, Onkel. Ich lehre euch. Ihr werdet zum stärksten Krieger des Sakai-Clans. Ich nehme euch auf wie meinen Sohn. Bereit? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Die Wunden, die ihr meinem Geist zugefügt habt, heilen niemals. Wenn ihr mich tötet, werden sie nur schlimmer. Ich will euch nicht verletzen. Ihr wollt Rache. Mein Versagen. Dies ist nicht meine Rache. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Geh! Ehrt mich mit dem Tod eines Kriegers. Ich habe keine Ehre, aber ich werde nicht meine Familie töten. Der Geist wird zeitlebens ein Gejagter sein. Ich weiß. Ich habe keine Ehre, aber ich werde nicht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020